Nur so als Inwohner, mich haben auch schon Leute gefragt, ob wir uns nett finden gegenseitig oder ob wir sonst miteinander reden, weil wir ganz schön garstig zueinander sein. Ach komm ey, das sind aber Leute, die nicht aus Franken kommen, oder? Weiß ich nicht. Nee, das sind auch Leute, die aus Franken kommen. Ich würde sagen, das ist fränkische Herzlichkeit. Also Jürgen, stell doch mal die Frage nochmal. Ich sag, ihr beide passt schon. Wie war die Frage? Ob du noch was, will noch jemand was loswerden, das dann doch irgendwie... Ja, ich bin nicht enttäuscht, ich bin einfach nur traurig. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor... Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen mal wieder zusammen... Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Möchtet ihr eure korrekte Lordschaft das noch weiter ausführen? Nee, tatsächlich nicht. Ich hab's auch falsch gesagt. Eigentlich ist der Spruch, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Muss ich den zuordnen können? Nein. Nein. Das ist so ein Klischee-Elternspruch mit... Ach so. Ich dachte, das wäre so ein Fußballer-Zitat oder so. Das lässt sich aber tatsächlich, glaube ich, auch viele Momente des Lebens anwenden. Aber ich hab tatsächlich auch gute Nachrichten. Es klang so nach Fußball. Hast du das mal auf der Arbeit gemacht? Was? Den Spruch. Das ist einer der Standardsprüche auf Arbeit. Wow. Beim Thema, also das ist ja die perfekte Überleitung. Jetzt schon? Ja. Ich wollte uns erst gegenseitig zur 25. Folge beglückwünschen. Juhu. Oh, stimmt. Das ist der Hammer, oder? Aber letztes Mal die Hacker 23, heute die Nummer 24, weil es ja unsere 25. Folge ist. So, und wo wir schon bei den Zahlen sind, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen Verwirrung aufklären. Ja. Wir haben zuletzt veröffentlicht eine Folge mit der Nummer... 46. Ja. Wohlgemerkt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme von der Folge hier. Und zufällig aber, wer jetzt eigentlich gekommen, die 64? Und das liegt einfach daran, dass wir euch die 46 nicht vorenthalten wollten, aber ich die Rechte erst beim Bayerischen Rundfunk abklären musste, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und sie kam jetzt wirklich, zufällig, genau dann, wenn eigentlich die 64 gekommen wäre. Das klingt so, als wenn du mit den Tränen kämpfen müsstest. So, ich habe lange gekämpft wie mein Baby. Lustigerweise hat es jetzt, irgendwie haben es echt viele gemerkt und mich haben viele darauf angesprochen, aber als die 46 gefehlt hat, habe ich das irgendwie von ein, zwei, ja, aber jetzt nicht so großflächig wie jetzt. Ja, ich habe natürlich auch aufs Amüsanteste, wir haben auf der Website, kommt immer, wenn die nächste Folge erscheint und damals haben wir aufs Amüsanteste eingefügt, erscheint nicht. Stimmt, ich erinnere mich. Der Megawitt. Das sind so Witze, die man so vor der Menschheit versteckt und die man für sich macht, ja, weil die mega lustig sind, aber so wie wenn Programmierer im Quellcode irgendwelche lustigen Kommentare hinterlassen, so. Das sehen halt dann nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Leute, aber die finden das dann richtig lustig. Und ich habe ja die schöne Gabe, und das ist tatsächlich was, was Alf damals gesagt hat, und ich mir das gemerkt habe, die Fähigkeit über sich selbst zu lachen ist wirklich viel wert. Das ist richtig. Ja, also, da du die perfekte Überleitung zur Arbeit versaut hast, danke dafür. Und ich mag dich. Das war ja kurzzeitig eine Diskussion anscheinend, was du erzählst. Wir haben eine Rezension. Also, hoch, dass es nicht so in der Luft stehen bleibt. Mich haben einfach schon Leute angeschrieben, die ich persönlich auch nicht kenne. Und ich freue mich da sehr drüber. Und die haben gefragt, ob bei uns irgendwie alles okay ist, weil wir uns manchmal gegenseitig ein paar Sachen hinwerfen. Aber ich glaube, das ist einfach, wie hat es hier schön vorhin der Jürgen gesagt, die fränkische Freundlichkeit. Aber es ist ja schon geil, dass sich Leute Sorgen um dich machen, die dich gar nicht kennen und dann sich um unseren Gemütszustand untereinander sorgen. Ja. Schon cool. Alles gut. Also, ich kann auf reinem Herzen behaupten, das sind einfach nur die Drogen. So, eine neue Bewertung gekriegt auf iTunes. Drogen? Achso. Ein kurzweiliger Podcast, bei dem man sich nach einigen Folgen fragt, wo Dominik arbeitet. Da es dort zu jedem, in Anführungszeichen, zu jedem Thema in Anführungszeichen eine Kollegin gibt. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, Dominik. Ja. Wirklich oft Kolleginnen. Ich werde das jetzt mit dem heutigen Tage einstellen, aber… Nein! Hast du gekündigt? Oh, Dominik, und du verkündest das hier im Podcast. Ui, Sensationen! Hast du einen neuen Job für mich? Du weißt doch, dass gerade ich keine Jobs habe. Okay, ja, ich gucke mal. Aber tatsächlich hat die Nina uns ein Video… Also, die Nina ist ein Kollege von mir und die hört wohl auch… Nein, ich sage ja, mit dem heutigen Podcast… Nein, 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 nicht aufhören. Ich muss tatsächlich zwei Kolleginnen erwähnen, weil die Nina hat so begeistert ihre Freude über den Podcast ausgedrückt, dass wir extra in den Raum gegangen sind und ein Video für euch beide aufgenommen haben, worüber ihr euch sehr gefreut habt. Ja, das war super süß. Go, Nina! Ja, und die zweite ist die Viktoria, die sich heute bei mir beschwert hat, weil sie diese Rezension gelesen hat und gemeint hat, sie wird nie erwähnt. Ist das die Viktoria, die uns dann ein Vermögen mit Paypal zukommen hat lassen? Nein, das ist die Viktoria… Danke dafür übrigens. …damals die Viktoria ist Dänen und die hat damals die Folge mit Andersen vorgeschlagen. Ah, richtig. Wobei ich der Meinung bin, dass sie sehr undankbar ist, weil sie der Meinung ist, ja, das war aber doch nicht in der langen Folge. Also Viktoria, hier hast du. Schöne Grüße. Danke, dass du uns hörst. Hallo und danke. Und was mir aufgefallen ist, um mal von Kolleginnen aktuellen auf ehemalige Kollegen zu schließen, wen wir niemals erwähnt haben, wer ein Fan der ersten Stunde ist und wer auch fleißig immer auf Facebook Werbung macht, ist der Christian Weigl. Den haben wir noch nie erwähnt? Noch nie erwähnt? Echt nicht? Ganz am Anfang? Der hat ganz am Anfang mal einen Kommentar auf. Das ist einer der ersten iTunes-Kommentare, glaube ich. Ja. Ich bin mir fast sicher. Fan der ersten Stunde, wenn wir irgendwann auf Welttour gehen, dann werden wir sagen, er war schon immer dabei. Christian, wir lieben dich. Vielen Dank. Ah, ich habe gedacht, der erste Auftritt von der Welttournee wäre dann in seinem Büro oder in seinem Schlafzimmer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der aktuell residiert, aber eventuell wird es ganz cool. Aber wo wir gerade schon so schön bei Feedback und Kommentaren sind, habt ihr noch zwei Minuten Zeit? Ja, klar. Wir haben eine Audiopostkarte bekommen. Ernsthaft? Gott im Himmel. Ja, ja. Und nicht von irgendwo. Aber hört es euch einfach mal an. Okay. Ich spiele die mal ein. Liebes Ach- oder Ah-Team, hier ist die Lara. Hallo. Ich schicke euch eine Audiopostkarte aus Riga. Riga ist die Landeshauptstadt von Lettland, fast das irgendjemand nicht bekannt sein sollte. Und ja, ist ein EU-Land seit 2014. Ich habe es genauso wie ich mit Geschichte, wie ihr es mit Geschichte habt. Das war grammatikalisch ein falscher Satz. Egal. Auf jeden Fall schicke ich euch eine Audiopostkarte vom Park, der an die Nationaloper anlegt. Das heißt, ich blicke auf einen Brunnen mit einer nackten Frau, kleinen Kindern und sie hält eine, was ist das, eine halbe Muschel in der Hand. Hat sie Muschel gesagt? Ich weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Ich weiß nicht, wie man die irgendwo auch schon mal anderswo gesehen hat. Das Ganze wird umrandet von Blumen verschiedener Arten. Ich habe keine Ahnung von Botanik. Deswegen, Blumen muss genügen. Komm mal rum. Sie hat das Format verstanden. Bäume, deren, auch nicht weiß, was das genau für Bäume sind. Das sind halt einfach Bäume. Groß, fette Bäume. Man sieht weitere Blumen, Bänken mit vielen Menschen drauf. Im Hintergrund fahren die Strassenbahnen. Sie sind blau und weiss und eher, naja, alt gebaut. So geht es jetzt noch eine halbe Stunde. Nicht so modern, tief, sondern hoch alt. Nee, Dominik, Riga ist nicht so groß. Und dann, natürlich, das Nationaloper. Die ist, ich kenne mich auch nicht mit Architektur aus, aber wie sieht es aus wie eine Nationaloper? Groß, weiss, Säulen, so diese piggischen Säulen. Und es steht Nationaloper auf Lättisch drauf. Wie kann sie das beweisen? Das ist ja nicht sehr überraschend. Auf jeden Fall, ein Park hat eine Nationaloper. Es ist etwas, was man in vielen Städten betrachten kann. In Riga ist es angenehm warm. Nein, eine Schweizerische. Oh, andere Böse. Die sind hier noch gerade die letzten Abendstrahlen. Und bevor ich diese Audiobostkarte endlich mal beende, möchte ich eigentlich sagen, was ihr für ein totaler, genialer Podcast seid, der mir echt viel Spaß macht, zuzuhören. Ob es jetzt mal die Kurzversion ist oder ob es die Langversion ist. Es ist immer eine Freude, euch zuzuhören. Und machen wir auf jeden Fall weiter so. Und ganz liebe Grüße in die Runde. Von der Lara. Tschüss. Wow. Also aus mehreren Gründen wow. Ah, ich wusste, also ich kenne Lara jetzt schon ein bisschen, denn sie ist die Initiatorin von dem Hashtag Mensch Projekt, wo ich jetzt auch schon zwei Folgen beigesteuert habe. Und in Folge Nummer eins rede ich mit dem Philipp, den die werten Hörerinnen und Hörer wiederum kennen, aus dem Intro. Der ist nämlich der Introsprecher und auch der Musiker. Das ist der, der Jörgen. Genau, der uns Intro und Outro gebaut hat. Und da rede ich mit ihm darüber, wie er denn so burlesk tanzt und wie er dazukommt. Das ist der Podcast Hashtag Mensch. Und die Lara kommt eigentlich zum Podcast hin, auch noch mit ihrem Podcast Auslandsschweizerin. Denn sie kommt eigentlich aus der Schweiz, ist aber ganz viel sozialisiert in Deutschland und hat jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft inzwischen seit wenigen Monaten oder wenigen Wochen sogar erst schon, zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt wird es ähnlich detailliert, wie ihre Schilderung aus Liga. Und darüber hinaus hat sie noch einen Podcast, der heißt der Käsekelle. Auch krass, dass der Philipp irgendwie ihren Lebenslauf auswendig gelernt hat. 1,63 Meter groß, circa 47 Kilo. Und ich kenne sie vom Podstock jetzt auch in persona. Guck an, was du hier angerichtet hast, Lara. Ja, schön. Ich habe mich einfach nur gefreut. Ja, total. Und Leute, ich wusste nicht, dass Podcast oder nein, wie war es? Audio-Podcasten oder Postkarten? Das war eine, sie hat es Audio-Postkarte genannt. Eine Postkarte trotzdem. Schickt uns Audio-Podcasten, mega gute Idee. Wir sollen da ein Ding draus machen. Leute, schickt uns Audio-Postkarten. Aber das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich was gebastelt und es ist totaler Quatsch, aber ich fand das total witzig. Ein Kastanienmännchen. Nee, ich habe für so einen 40. Geburtstag habe ich mir gedacht, was schenkt man jemandem, an dem man eigentlich nichts schenken muss, weil mit 40, was schenkt man da den Leuten? Dann habe ich mir gedacht, ah ja, vor 40 Jahren, was hat man da gemacht? Man hat eine Radiosendung mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten. Ja, klar. Und dann habe ich ihm ein Mixtape von Spotify gemacht mit den Hits aus dem Jahr 1978. Und dann habe ich mir gedacht, hey, unsere ersten zwei Folgen, ach, ergeben zusammen 90 Minuten. Du hast sie nicht auf eine Kassette? Oh, eine Ach-Kassette liegt für uns. Wie schön. Ich fotografiere direkt. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt damit machen. Ich habe zu Hause einen Walkman damit könnten. Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Kein Mensch kann mir Kassetten anhören, aber wir sollten das eigentlich irgendwie verlosen oder so. Oh, das ist eine viel bessere Idee. Hat irgendjemand, wer uns, keine Ahnung, Fotos von seinem Tape-Deck im Auto schickt? Oder was muss man denn machen für so eine Kassette? Wie wäre es wirklich eine, pass auf, ich habe den ultimativen Deal. Jemand schickt uns. Fotos von Dominiks Hintern? Nein. Das war andersrum irgendwie. Das war irgendwie anders. Jemand schickt uns eine Audio-Podcast, eine Audio-Postkarte in Kassettenform zu. Und dann kriegen wir das mit einem Zaubermischpult hin, da deinen Walkman anzuschließen? Ja, die Qualität ist bestimmt unter alle Kanonen, aber das kriegen wir hin. Ich glaube, darum geht es ja. Das machen wir. Ich weiß noch nicht, ob man da wirklich was, ich habe es nicht wirklich komplett Kontroll gehört, aber ich fand mich mega witzig in dem Moment. Also, die erste Person, die uns eine Kassette schickt, und zwar an die Adresse, die auf der Webseite von uns, das-a.ch, schickt, der kriegt im Gegenzug dafür diese wunderbare, formschöne, inklusive wunderbarem Aufkleber verzierten, ach, Kassette. Und eine Fotokopie von ... Nein, die Zeiten sind vorbei. Ach, Dominik. Ich finde es auch schön, dass da noch der alte Slogan draufsteht. Kaum ist er adelig, du weißt. Beinahe ein Geschichtspodcast, bisweilen sogar lustig. Den fand ich eigentlich ganz gut, warum haben wir den nicht weiter ausgebaut? Keine Ahnung. Du hast heute im Slack erst geschrieben, dass du uns bisweilen nicht nur komisch, sondern auch lustig findest. Ja, das stimmt. Meistens finde ich uns komisch, aber gerade in der Folge 64 musste ich über uns lachen. Dagegen die Folge 46 habe ich jetzt, glaube ich, schon sechs- oder siebenmal selber angehört, weil ich es so herzlich schön finde. Er hat jedes Mal geweint. Wie gehen Ende ihr einfach so ein ... ihr beide so einen Oh-Moment produziert und das ist so schön. Ja, das sind aufrichtige, gute Gefühle gewesen. Ich kann mich da noch an den Moment erinnern, als wir Heinz Erhardt gelöst haben. Das hat mein Herz erwärmt. Als ich den Ingenieur von Hiroshima erkannt habe. Ein früher Klassiker tatsächlich. Jetzt wird es hier so ein hörseliger ... Und viel zu selbstreferenziell. Da müssen wir gleich aufhören damit. So, darf ich jetzt bitte? Bitte. Der Datum des Briefes, den ich vor mir halte, ist der 17.08.2018 und die Schlauren unter uns werden eventuell die Schlüsse ziehen. Ich habe das letzte Mal angekündigt, dass ich ein umfangreiches Sponsoring-Paket erhalten habe. Stimmt, der Fleischsalat aus Bartholomä. Ja, der ist es nicht. Tatsächlich ist der nicht mehr aktuell. Die, was ich jetzt hier vor mir habe, ist das, was ich das letzte Mal eben angekündigt habe, aber dann leider daheim vergessen habe. Und du dann nochmal heimgefahren bist und immer noch nicht gefunden hast. So ist es. Ich lese vor. 17.08.2018. Meine Werte, Susanne. Könnte ich bitte. Ob ich jemals nach Hause komme, steht in den Sternen. Du Licht. Sorry. Das klang jetzt ein bisschen, als würdest du jetzt so einen Brief aus dem Kriege vorlesen, der in die Heimat ging. Ja, das war ja auch Absicht. Oh, schön. Jetzt weiß ich langsam auch, warum bei Leuten der Eindruck entstehen kann, sodass ihr so nett miteinander. Eure Lordschaft, sie haben das Wort. Hi, Jürgen, Dominik und Philipp. Das Neon-Stunt-Team möchte sich herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr uns die Fahrten in den Bikepark mit eurem Podcast verkürzt. Wer ist das Neon-Stunt-Team? Wenn du mich zu Ende lesen lassen würdest, würdest du es erfahren. Das haben die aufgeschrieben? Ja. Das steht hier. Wahnsinn. Die haben übrigens dieses Gespräch prognostiziert. Anbei findet jeder von euch ein, in Anführungszeichen, zwei Stunden Podcast-Survival-Paket. Viele Grüße, Volker und Roland. Ja. So. Ach, das ist das Neon-Stunt-Team. Ich bin mega gespannt, weil ich habe schon die Verpackung schon gesehen. Der Kollege, ich verteile nun. Jeder hat sein eigenes... Ganz kurze Frage. Ist die Tüte in diesem wunderbar glitzenden, fast schon weihnachtlichen Violett, ist die Bestandteil des Ganzen? Ja. Die sind wirklich thematisch perfekt abgestimmt auf alle von uns. Denke ich jetzt einfach mal, weil ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin so gespannt. Die Tüte hier trägt den auf, die Aufschrift Phyllis. Und ich glaube, das bist du. Die Phyllis. Vor allem, weißt du, was ich ganz schön finde? Ich finde, ich wirke fast schon weihnachtlich mit meinem Outfit dazu. Das hat ein Hello Kitty-Aufkleber. Bei Phyllis muss ich übrigens an Scrubs denken. Der Kollege Kraus hat hier eine Art Weinflaschenkarton. Ich mache mal von jedem ein Foto. Nee, aber guck mal hier, die Krawatte gelb. Mein Hemd schwarz und das dazu, das sind so, finde ich, so Weihnachtsfarben. Ihr könnt es bitte lächeln und Freude empfinden, ob dieses fantastische ein Geschenk ist. Achtung, Moment. So, Jürgen, machst du von dir selber ein Foto? Ich mache nicht von mir selber ein Foto. Achtung, Smile. Du hast es schon besser ausgesehen. Wow. Der jetzt. Moment. Ich finde, man hört schon, dass es eine massive Holzkiste ist. Und ich habe ein Nike. So, Moment. Selfie, wenn ich eins kann, dann Selfie. Ja, auf drei packt es jeder aus und dann nacheinander schildern. Obwohl, wir schildern nacheinander. Nacheinander, komm. Ich fange an. Bei der Bescherung immer hier gleich vorne. Ich habe tatsächlich die beiden, die sich da nennen das Neon Stunt Team, übrigens auch auf Instagram zu finden, unter Neon Stunt Team, wer hätte es gedacht, haben tatsächlich ihren eigenen Energy Drinks nicht gebrandet. Nein. Ich habe hier zwei Dosen des eben selbigen. Halt, Moment. Das ist überhaupt kein Energy Drink. Das ist Bier. Krass, das ist in so einer Red Bull-artigen Dose, aber das ist tatsächlich ein Bier. Das ist ein Energy-Bier. Meine Impro-Therter-Gruppe, wir hatten mal einen Energy Drink und hat widerlich geschmeckt. Okay. Gott sei Dank, es ist Bier. Und Bier ist eigentlich immer gut. Und Beef Cherokee. Sweet and hot. Ja. Auch sehr schön. Und was ich persönlich immer geil finde, egal was es ist, wenn es irgendwo draufsteht, Improved Recipe. Ja. Dann ist es schon mal besser. Uns ist bewusst, ich habe doch dir neulich irgendeine Mate geschickt, die als Aufkleber hatte, jetzt auch in gut oder jetzt auch in lecker. Also so viel zum Thema Selbstreferentiell. Hat nicht irgendeine Partei jetzt irgendwie das Wahlmotto nicht so scheiße wie die anderen? Ja, die Grünen in Bayern. Ja. Nicht ganz so scheiße wie der Rett. So, wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Jürgen ist dran. Die schwere Holzkiste. Ich bin mega gespannt. Es schaut sehr hochwertig aus, auf jeden Fall. Oh, ein Deckel, der aufgeklappt wird. Ich habe das gleiche wie du. Ich habe es aber voll schön eingebettet in so Holzwolle. Das macht mega was her. Wow. Ich bin total begeistert. Ich wollte gerade sagen, oder da waren mal mehr drin in deinem Schuhkarton und du hast, keine Ahnung, die gute Flasche Wein, die da ursprünglich mal drin war, einfach getauscht. Aber jetzt, Dominik, während der Philippi sich jetzt aufs Aufmachen vorbereitet, erklär mir doch mal, was die denn machen. Machen die Bike-Stunts oder was macht denn das Neon-Stunt-Team? Tatsächlich, ja. Also die haben einen auf Lifestyle und Spaß gebrandeten Kanal, wo sie aber im Wesentlichen ihr spannendes Leben darstellen auf Instagram. Aha, eine Flasche Karamalz. Also Biken und ja, hier Surfing und dergleichen und lustig durch die Welt trotten. Und ich empfehle jeden da einfach mal vorher zu schauen. Und die haben sich jetzt unsere Arnim-Dahl-Folge angehört und dann gedacht, hey, die passen voll gut zu uns oder? Unwahrscheinlich, nein. Okay, ich habe vier Päckchen laktosefreie Schlagsahne gekriegt. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeine Erzählung gibt, die ich gemacht habe in irgendeinem Podcast. Ist es eher so ein… Und dann kannst du die… Ah, weil ich mal erwähnt habe, dass ich so eher so sahnige Cocktails mache. Haben wir nicht irgendwas mit Schlagrahmen? Mit Rahm auf Schlag? Der Rahm auf Schlag. Der Rahm zuschlag. Ah, wie geil. Okay, sehr gut. Aber laktosefrei finde ich cool. Der laktosefreie Rahm zuschlag. Das klingt auch irgendwie schmutzig. Und auch gut, das ist also gut nachgedacht, dass man hier keine frische Sahne oder eine nur begrenzt haltbare hat, sondern eine, die den nächsten Weltkrieg überlebt. Also so eine im Tetra-Pack. Oh, aber so lange hält die… 25.09. Ich habe es ja schon vergessen. Das ist ja auch das 2-Stunden-Verkast-Paket. Das musst du jetzt alles lehren. Ne, mehr trinken. Also vielen Dank, Leute. Das ist sehr aufmerksam von euch und sehr nett. Und nachdem wir bei Philipp in Bochum beim Schwarzlicht-Mini-Golf waren, kommen wir mal zu euch und stürzen uns auf dem Fahrrad irgendwo runter. Und ich habe Apfelchips gekriegt. Boah, geil. Apfelchips sind halt auch mega. Ja. Willst du tauschen? Ja. Echt? Würde ich nicht machen an deiner Stelle. Wirklich? Willst du lieber Beef-Jurky als Apfelchips? Beides so, beide sind mega gut. Wir machen es einfach auf und werfen es zusammen. Apfel-Beef-Jurky ist bestätig. Vielen herzlichen Dank für die milden Gaben und ich habe hier noch ein paar Aufkleberler. So, jetzt muss ich mich noch kurz bei Peter entschuldigen, weil Peter hat gesagt, wir sollen das Vorgeplänke weglassen. Dafür gibt es Kapitelmarken. Und ich habe gesagt, ja, wir fassen uns kurz. Aber Kapitelmarken im Auto. Bei mir funktionieren Kapitelmarken auch nicht. Aber Kapitelmarken ist ein gutes Stichwort. Mich würde wirklich interessieren, ob irgendjemand da draußen ernsthaft Kapitelmarken nutzt und die seit neuestem vermisst. Denn irgendwie hat sich jetzt herausgestellt, dass bei manchen Podcatchern wird unser MP4-Feed geladen und nicht der MP3-Feed, der M4-A-Feed. Und der unterstützt irgendwie keine Kapitelmarken aus irgendeinem Grund. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie doch da wieder rein zu pfriemen. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwer benutzt. Ich benutze es schon mal allein. Ja, aber du weißt auch, wie du manuell den MP3-Feed in deinen Podcatcher lädst. Ja. Also von daher. Wir leben ja hier in der Arbeitsgemeinschaft, in den Räumlichkeiten einer Arbeitsgemeinschaft im schönen Nürnberg. Wir leben hier. Nehmen auf. Sorry, ich habe nur das Leben hier. Von Zeit zu Zeit arbeite ich hier sogar. Der eben erwähnte Peter hat gerade eben vom Saulus zum Paulus seinen Zustand bei mir geändert, weil Jürgen reinkommt und sagt, pass auf, der Peter hockt im Nachbarraum und schaut Terminator 2. Hast du gerade versucht, mich zu imitieren, Dominik? Nein, mir schlecht als recht. Okay. Auf jeden Fall, ich liebe Terminator 2 und werde nicht müde, den permanent jedem zu empfehlen. Allein schon wegen des Satzes, I'm a cybernetic organism, I'm here to protect you. Come with me if you want to leave. Come with me if you want to leave, genau. Das ist ein fantastischer Film, völlig ironiefrei. Und dann kommt Peter raus und ich sage, oh Peter, du bist mein Held. Und was sagt er? Er ist für ein Kwarf. Tja. Ich bin ja eher inzwischen überzeugt, man kann nicht Dinge ironisch gucken, weil wenn du sie guckst, dann guckst du sie an. Und warum nicht irgendwas genießen? Selbst wenn du sagst, meine Güte, ist das ein Quatsch und ich habe aber dann Spaß, dann hast du halt damit Spaß. Ist doch okay? Ja. Ja, das war jetzt bei Peter, der muss sich jetzt aufs Kinoquiz vorbereiten. Das war jetzt eher so unfreiwillig. Von daher, das hatte mit Ironie nichts zu tun. Na gut, aber dann hat er einfach keinen Spaß vom Gucken gehabt. Ich würde sagen, das war einfach fränkische Herzlichkeit. Hashtag. Fränkisch immer wieder. So, haben wir noch irgendwas? Ich weiß nicht, vorhin ist es vielleicht kurz untergegangen. Vielen, vielen Dank an Viktoria. Eine dicke Spende per PayPal. Also da freuen wir uns natürlich immer, weil damit können wir unsere Serverkosten bezahlen, können wir ab und zu Flyer drucken, da können wir irgendeinen Quatsch machen, unsere Dinge auf Kassetten aufnehmen. Hey, habt ihr mal geguckt, was Kassetten auf Ebay kosten? Boah, da schnallst du ab. Was kosten denn welche? Ich weiß nicht. Also da gibt es zwei Stück für 22 Euro. What? Zum Beispiel so original verpackt von 1800 irgendwas. Echt? Keine Ahnung. Was? Ich gemisste gerade ordentlich aus. Ich habe noch welche. Stell dich auf Ebay ein. Wahrscheinlich kauft keiner, aber sie stehen da ja zum Angebot. Ich finde es, um wieder mal in einem Nerdtum nachzukommen, ganz, ganz fantastisch. Es gibt etliche Leute, die produzieren jetzt zum Beispiel alte Spiele für den C64 oder für DOS und hauen die wirklich noch auf Disketten. Und die kriegen irgendwoher noch größere Mengen an Disketten. Und das muss echt ganz schön logistisch, also entweder irgendwo stehen echt noch größere Mengen rum, weil produziert ja keiner mehr nach. Ja, aber da gibt es bestimmt noch Restbestände irgendwo. Aber die müssen ja auch noch gut genug sein, dass du wirklich Daten drauf kopierst und dann damit verkaufst. Aber gerade noch abschließen wollte, man kann uns auch auf einem anderen Weg unterstützen. Also ihr könnt auch einfach auf unsere Amazon-Links auf unserer Webseite klicken. Das kostet euch überhaupt gar nichts. Und bei uns kommen dann, wenn ihr da was bestellt, ein paar Cent hinten raus. Und das läppert sich dann auch über die Zeit so ein bisschen zusammen. Das hat ganz schön zugenommen in den letzten Monaten. Da sind wir sehr dankbar für. So können wir das ganze Audio-Kram und das ganze Hosting und den ganzen Krempel, den wir hier so zusammen sammeln, über die Zeit so ein bisschen finanzieren. Genau. Vielen Dank auch für die ganzen tollen iTunes-Rezessionen, die wir bekommen haben. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich kaufe gerade nichts auf Amazon oder prinzipiell nicht und habe auch gerade jetzt nicht ganz so viel Geld über, dann schmeißt uns einfach eine Rezession in den Hut. Schmeißt uns eine Rezession. Oder auf Kassette. Oder auf Kassette. So, ich glaube, jetzt können wir langsam mal zum Ernst übergehen. Das war jetzt genug des Spaßes. Ihr müsst euch heute ein bisschen anstrengen. Ich meine, das war jetzt schon anstrengend. Das war jetzt schon, ich glaube, eine halbe Stunde Intro. Aber wir springen heute ab und zu ein bisschen durch Zeit und Ort und Personen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Aber ich verspreche euch, wenn ihr euch ein bisschen konzentriert, gibt es eine Geschichte, die wird euer Herz berühren. Ich bin jetzt schon voll dabei. Also positiv oder negativ? Die wird euer Herz berühren. Oh, verdammt. So wie Keino. Antonio Quetano de Abreu Frere e Garmonis. Eieiei. 100 Euro, dass man das nicht so ausspricht. Alter. Wir mögen uns. Ey, normalerweise spreche ich die Dinge halt immer echt scheiße aus. Aber bei dem habe ich mir jetzt mal mega Mühe. Den habe ich heute Nachmittag geübt, ja. Und jetzt. Ja, scheiße, dass es nichts gebracht hat. Ich gehe die Wette ein. Ich gehe die Wette ein. Wow. Wird am 29. November 1874 in Avanka, Portugal geboren. Das spricht mir wahrscheinlich anders aus. Das heißt wahrscheinlich Portugal. Portugal. Antonio Quetano de Abreu Frere e Garmonis. Ja? Musst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde tatsächlich, portugiesisch klingt relativ hart. Gerade im Vergleich zu portugiesisch. Die Moniz sind eine der ältesten aus Aristokratenfamilien Portugals. Aber diesmal kann ich euch jetzt nicht so viele schöne Anekdoten über Eltern, über Jugendliebschaften, über sportliche Ambitionen und so weiter erzählen. Konzentrieren wir uns lieber mal auf die vielen, vielen Errungenschaften des jungen, temperamentvollen Südländers. Zur Schule ging auch. Das wird jetzt auch wieder peinlich. Escola do Padre José Ramos. Das war die eine Schule. Und Collegio de Sefiel dos Jesuitas. Also ich vermute mal. Die Juntenschule. Ich vermute mal, es sind zwei Schulen. Es könnten auch Pornotitel sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das heißt. Jedenfalls schließt Egas, also so hat ihn dann sein Pate genannt, obwohl, eigentlich heißt er Antonio, aber er wird dann, ich werde ihn fortan nur noch Egas nennen. Er schließt die Schule mit Bravour ab und schreibt sich erstmal spontan an der Universität von Coimbra für das Fach Mathematik ein. Doch schon 1894 wechselt er in die Medizin mit Nebenfächern wie Philosophie und Griechisch. Nicht schlecht. Im Jahr 1899 schließt Egas sein Studium erfolgreich ab. Er bleibt auch nach seinem Abschluss an der Universität und hält Einführungsvorlesungen für junge Medizinstudenten. Seine Dissertation im Jahr 1901 trägt den Titel Physiolot... Ja, jetzt bei den Englischen, naja, da steige ich aus. Physiological and Pathological Aspects of Sex Life. Sekunde, in dem Zeitalter schreibt er schon auf Englisch? Spannend. Nee, ich, ja, okay, kann sein, dass er die nicht auf Englisch geschrieben hat, es kann sein, dass ich halt einfach eine englische Quelle hatte und das übersetzt war. Kein Problem. Das ist ein guter Punkt, ich habe nämlich extra nicht ins Deutsche übersetzt, damit ich nicht hier den Sinn verändere. Nichts entgeht um... Ey, wenn ihr jetzt schon so aufmerksam seid, dann weiß ich auch nicht. Später reist er regelmäßig nach Frankreich, um seine medizinischen Kenntnisse bei den großen Neurologen jener Zeit zu vertiefen. Soll ich euch die Namen auch noch vorlesen? Nein. Ja. Weil kennt ihr die bestimmt alle? Nee, aber klingt spannend. Ich möchte nicht. Ich habe sie hier stehen, aber ich möchte nicht. Moniz ist ein aufrechter Staatsbürger, der sich schon in jungen Jahren öffentlich zur republikanischen Regierung bekennt. Das ist insofern problematisch, als dass seine Familie eigentlich der Monarchie hinterher trauert. Also, falls ihr das nicht wisst... Ja, gerade als Aristokraten... Genau. In der Zeit ist gerade in Portugal so der Übergang von der Monarchie zur Republik. Das ist gerade so die Zeit, in der er groß wird und seine Familie hängt halt logischerweise seit jeher in der alten Welt und er ist aber eigentlich schon ein Anhänger der neuen Republik. Er wird dann auch als studentischer Aktivist zweimal sogar für kurze Zeit eingesperrt. Aber bricht seine Familie mit ihm oder...? Das weiß ich nicht. Das steht jetzt nicht in den Aufzeichnungen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht wirklich der Fall ist. Irgendwann zwischen 1900 und 1903, da ist er so Mitte 20, beginnt seine formelle politische Karriere. Er wird ins Parlament gewählt. Ui! Eine Quelle sagt, dass er an der Stelle dann seinen Namen Antonio gegen Egas eingetauscht hat, weil das wohl im Mittelalter ein berühmter portugiesischer Widerstandskämpfer gewesen ist. Aha! Und das so ein... Um hier, weißt du, politisch macht sich das halt gut. Ah! Eine andere Quelle sagt, er wurde von seinem Taufpaten dann einfach so genannt. Könnt ihr euch jetzt raussuchen, was schöner ist. 1908 landete er unter der Franco-Diktatur zum dritten Mal im Gefängnis. Er hat wohl die Polizei behindert, als sie versucht hat, einen Studentenaufstand niederzubügeln. Ist Franco nicht in Spanien? Sind wir nicht in Portugal? Wir sind in Portugal, aber frag mich jetzt nicht, wie eng das damals beieinander war. Also ob das da Auswirkungen hatte. Also es war in der Zeit auf jeden Fall. Das ist tatsächlich... Ich sage zu oft tatsächlich. Ich sage mehrere Wörter zu oft und tatsächlich ist eins dieser Wörter. Pans Labyrinth spielt zum Ende der Franco-Zeit und ist ein Fantasy-Film, der empfehlenswerter nicht sein könnte. Ja, außer man hat ein Problem mit Creepy-Bildern. Ich fand den ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ich fand den so unfassbar gut. Ich fand, das war so die Anfangszeit, oder nicht die Anfangszeit, das war so die erste große Welle der Blu-Ray und ich hatte so das Gefühl, das ist einer dieser Filme, die einfach nur auf dieser gut aussehen Welle mitschwimmen. Du könntest falsch hier nicht liegen. Ich verstehe euch beide. Das sagst du übrigens auch zu oft. Denn ich sage mal, ich finde natürlich diese Welt, in der einen der Film entführt, die ist ganz spannend und visuell ein feinstes Gourmet-Mal und man muss sich halt auf diese Welt einlassen, ganz klar. Und ich finde auch, die Welt ist ganz toll illustriert. Aber ich verstehe auch, dass die Welt gerade durch ihre unglaublichen optischen Reize vielleicht ein bisschen die Handlung und den eigentlich dahinter noch ablaufenden Erzählungsstrang vielleicht ein bisschen gefühlt zu arg verdrängt. Also nein. Ich bin einfach der Meinung, dass das ein durch und durch perfekter Film ist und mit Abstand der beste von Guillermo del Toro. Und ich rufe die Hörerinnen und Hörer auf, sich auf meine Seite zu schlagen und euch beide mit den Spießgabeln durchdurchzutragen. Ich mag ihn sehr gerne, aber ich verstehe sozusagen Jürgens Argument. Das klingt, als würdest du uns zu einer Filmdiskussionsrunde herausfordern wollen. Da möchte ich doch mal ganz kurz überlegen, wer aus der letzten Siegreich hervorgegangen ist. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Moment, mit dem Argument Schindlers Liste ist keine so gute Botschaft für heutzutage. Und welcher Film kommt noch mehr in die Kinos, weil er politisch so aktuell ist wie nie. Schindlers Liste. Aber jetzt, wo du es erwähnst, ich bin die Tage darauf angesprochen worden, wie sehr ich beschissen wurde in diesem Cinematic Smash Bros. Ja, du hast dich selber beschissen. Kein Mensch hat dich beschissen, außer du selber. Also, hört mal rein. Von daher würde ich jetzt als amtierender König in dieser Runde, was Filme angeht, würde ich einfach sagen, Panzlabyrinth erfüllt die Erwartung nicht, die er selber in die Welt setzt. Können wir mit der Story weitermachen, bitte? Schreibt uns einen Kommentar auf die Homepage. Das ist ein guter Punkt. Also, er ist jetzt im Knast, aber das Land und offensichtlich auch das Land daneben ist gerade stark im Umschwung. Von daher kommt er da eigentlich auch relativ schnell wieder raus. Kurz danach, hängt jetzt ein bisschen von der Quelle ab, entweder 1909 oder 1911. Kurz danach nimmt er eine Professur für den neu geschaffenen Bereich Neurologie an der Universität in Lissabon an und den wird er später auch lange Jahre leiten. Wow, toll. Er wird dann auch in die Akademie der Wissenschaften berufen und im Jahr 1916 als Korrespondent und später auch dann als wirkliches Mitglied und schlussendlich wird er sogar für einige Jahre Präsident. Also, bis hierher klingt der Kerl ja ziemlich sympathisch, finde ich. Ich finde, das ist ein voller Overachiefer bis hier. Ja, das vielleicht schon. Ich weiß jetzt nicht, auch wie er auf so einer persönlichen Ebene unterwegs ist, aber hey, er ist Wissenschaftler, er tut da was, er ist auch politisch nicht nur primär, scheinbar zumindest, auf sein eigenes Interesse gemünzt. Von daher, wow. Ja, lass mich noch drei, vier Absätze lesen, dann stelle ich euch nochmal die Frage. Und dann hat er den Genozid angefangen. Ja, oder jetzt kommt es was wie Antisemit oder irgendwas ganz Furchtbares kommt jetzt bestimmt gleich um die Ecke. Wer findet Pan's Labyrinth scheiße? 1917 und 1918, also gegen Ende des Ersten Weltkriegs, wird er als Botschafter nach Spanien geschickt und als es 1919 in Versailles um den Frieden geht, ist er als Minister für externe Angelegenheiten offizieller Vertreter für Portugal. Okay. Kurze Zeit später muss er das Amt des Botschafters jedoch abgeben, weil sein Fürsprecher, der damalige portugiesische Präsident Sidonio Pei, Pei, Peis, 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 wie auch immer, von einem Gewerkschaftsfunktionär erschossen wird. Kurz zuvor hat er noch eine weitere medizinische Publikation herausgebracht, die nennt sich Neurology in War, also Neurologie im Krieg. Und 1926 hängt er dann die Politik an den Nagel, um sich voll auf die Medizin konzentrieren zu können. Okay. So, also bis hier alles klar? Irgendwelche Fragen? Irgendwelche Theorien? Ne, so richtig überhaupt noch nicht. Sehr gut. Die Fokussierung, die er jetzt, also er hat jetzt ja eigentlich mehrere Leidenschaften, aber er hat sich jetzt dann doch irgendwann in seinem Leben entschieden, sich wirklich auf das eine Thema, die Medizin irgendwie zu fokussieren. Und es macht sich schnell bezahlt. Er stellt die Theorie auf, dass die verbesserte Darstellung von Blutgefäßen mit radiologischen Methoden sich doch eigentlich prima eignen würde, um Gehirntumore präzise lokalisieren zu können. Sein großer Durchbruch, der Einsatz von Kontrastmitteln. Okay. Er fängt jetzt an, da so ein bisschen zu forschen und zu experimentieren. Er experimentiert erst mit Leichen, später dann mit Hunden, um jetzt mal so grundsätzlich herauszufinden, welches das richtige Kontrastmittel sein könnte und wie auch das mit der Dosierung ist und wie man so generell bei dem Thema vorgeht. So, das hat vorhin noch keiner gemacht, aber die Idee ist schon mal gar nicht so, also das stimmt auch nicht ganz. Das hat vorhin schon jemand so ähnlich gemacht, aber es ist relativ neu, dass man überhaupt so ein Verfahren entwickelt. Sein Plan, er spritzt radioaktives Kontrastmittel in die Blutgefäße des Gehirns, steckt dann den Kopf in einen Röntgenapparat und freut sich über ein Bild, das aussieht wie Google Maps, nur halt vom Inneren, vom Kopf. Und damit will er dann so Abnormitäten wie Tumore entdecken und ganz genau lokalisieren. Ja, ist ein guter Plan. Das ist eine wahnsinnig krasse Methode, ja, total fortschrittlich. Kurz zuvor hat es ein Amerikaner ähnlich gemacht. Also Moniz hat Kontrastmittel in das Blut gespritzt und damit die Gefäße quasi sichtbar gemacht. Der Amerikaner hat Gase wie Stickstoff oder Sauerstoff, aber auch noch ganz fieses anderes Zeug, in die Hirnventrike injiziert, also in den Bereich quasi um die Gefäße, die mit Hirnflüssigkeit gefüllt sind, um auf dem Weg die Räume quasi im Kopf darzustellen. Also um dann eben… Ich kann mir halt vorstellen, dass das den Nachteil hat, wenn du da eine gewisse Menge an Gas drin brauchst, dass du aufs Hirn selber dann wieder Druck ausübst. Ja, war, glaube ich, auch nicht so geil. Und er hat auch, glaube ich, echt auch fieses Zeug da reingejagt, was nicht so gesund war. Aber er hat es damit quasi auch geschafft, um Dinge wie Tumore, das sieht man ja an so Zwischenräumen. Also dann quasi, wenn du so eine Aufnahme vom Kopf siehst und da halt irgendwo Dinge außenrum irgendwo fließen oder sich irgendwas zusammenballt oder so, daran erkennst du dann, ah ja, da ist irgendwie ein Knoten oder da passt irgendwas nicht. Also die Idee ist bei beiden das Gleiche, nur das Verfahren ist ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, die Vermutung liegt jetzt nahe, dass der Protagonist wahrscheinlich ein bisschen zu viel Radioaktivität am Anfang reinpumpt. Vielleicht. Also, ja klar, also irgendwie dieser fiese Twist muss jetzt hier noch kommen, sonst wäre es ja einfach ein Porträt von einem Wissenschaftler. Das wäre auch mal was, ne? Einfach euch eine Stunde lang hinhalten und dann sagen, ja, Ende. Und dann stirbt er. Und dann das Outro einspielen. Der größte Held in der Geschichte in Portugal. Warten wir es mal ab. Tatsächlich, 1927 gelingt ihm als ersten Menschen die genaue Lokalisierung eines Hirnschwulstes. Fragt mich bitte nicht, was genau ein Hirnschwulst ist, aber es klingt so, als würden einige Leute in meinem Bekanntenkreis einen haben. Wow. Hallo alle Bekannten. Von Jürgen, die zuhören. Nein, nein, die hören nicht zu. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Es gelingt ihm jedenfalls, einen Hirnschwulz zu lokalisieren an einer Leiche. Ja. Sie war schon tot. Sie war schon tot, sie war schon tot. Aber wenn sowas funktioniert, was macht man als nächstes? Klar. Zombies. Zombies, was? Was waren Zombies testen? Dich lässt diese eine Folge nicht los, ne? I'm not dead. I feel fine. Also, kommen ein Mann mit einem Hirntumor, ein Epilepsie-Patient und einer mit Parkinson in eine Bar. In Monies Labor. Sagt der eine? Sagt der eine, komm, spritz mir mal dieses Kontrastmittel in die Hirnarterie und mach dann eine Röntgenaufnahme von meinem Kopf. Wo ist die Pointe? Die kommt gleich. Drei Tote? Die kommt gleich. Fast. Vier Tote? Menschen sind halt keine Hunde und auch keine Leichen, also zumindest noch nicht. Und ich formuliere es mal so, immerhin zwei von drei Probanden überleben. Okay. Das war eine ganz vernünftige Statistik. Stellt sich raus, Strontium und Lithiumbromid waren jetzt als Kontrastmittel, klingt schon fies, ne? Ist auch ziemlich fieses Zeug. Naja, du brauchst ja irgendwas, was leuchtet auf diesem Röntgen, wie nennt man das? Von dem Abzug? Ja, ja, aber das hat einen Namen. Der Röntgenstrahl? Nein, wo das drauf landet hinterher. Da ist doch so eine Platte. Platte? Ja, aber die hat einen Namen und den kenne ich und jetzt fällt er mir nicht ein und das ärgert mich. Danke. Danke. Detektor? Nee, doch. Detektor? Egal. Um das da sichtbar zu machen, brauchst du natürlich irgendwas, was heftig irgendwie strahlt, ja? Um sich dann irgendwie auch entsprechend darzustellen. Aber das ist dann wiederum als Kontrastmittel halt nur so medium geil geeignet. Also immerhin zwei überleben. Also always look on the bright side. Und vor solchen kleinen Rückschlägen lässt sich ein Professor von Moniz Format auch nicht so schnell abschrecken. Ja, er experimentiert jetzt weiter, sucht nach einem neuen Kontrastmittel und schließlich gelingt ihm mit einer 25-prozentigen Natrium-Iodit-Lösung am Ende der Durchbruch. An drei weiteren Patienten führt er damit erfolgreich die weltweit erste zerebrale Angiografie durch am lebenden Menschen. Wow. Und kann damit am 12. Mai 1927 erstmals bei einem 20-Jährigen einen Tumor im Kopf exakt lokalisieren. Muss man sich vorstellen. Stark. 1927. Das ist ja der Hammer. Wenn du überlegst, heute hast du natürlich hochpräzise, unglaublich teure, sehr aufwendige CT- und MR-Geräte, mit denen sowas möglich ist. Aber wie du sagst, wir sind ja einfach mal knapp 100 Jahre davor. Und wir reden auch nicht einfach von irgendwie Knochen, ja? Also ich meine, Röntgen war da irgendwie nochmal 20 Jahre vor, oder wann war der? 19, 8, 18? Ach, keine Ahnung. Der war irgendwie ein paar Jahre vorher. Das ist jetzt noch nicht so abgehangene Technologie. Ja, klar. Und der kriegst du jetzt schon hin, Gefäße darzustellen, um Tumore im Kopf zu finden. Das ist schon echt krass. Also es ist ein Riesendurchbruch für ein wegweisendes medizinisches Bildgebungsverfahren. Ich meine, Angiografie ist heute noch ein Wahnsinns-Thema. Und ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Bis ins Jahr 1970 muss man für dieses Verfahren eine Nadel ziemlich direkt ins Hirn stecken, um das Kontrastmittel zu injizieren. Später hat es sich glücklicherweise durchgesetzt, dass man mit Kathetern an angeschlossenen Arterien dann quasi über die Arterie ins Hirn fährt und da dann das Kontrastmittel einbringt. Ich habe heute erst wieder empfohlen die Dollop-Folge über Lobotomie. Hast du heute empfohlen? Ja, das ist für diejenigen da draußen eine früher sehr im Trend liegende Operation, die bei jedem Scheiß quasi empfohlen wurde, wenn das Kind zu aktiv war oder wenn jemand Depressionen hatte oder wenn jemand... Epilepsie. Keine Ahnung, alles Mögliche. Und im Wesentlichen wird da die Verbindung zwischen Kleinhirn und Großhirn, glaube ich, durchtrennt. Auch gerne mal in späteren Jahren, wo der Massenmarkt erreicht wurde, indem man einfach mit dem Eispickel durch die Nase geht. Und das führt dazu, dass im Prinzip deine Gefühle im besten Fall halt mehr oder weniger weg sind. Im Endeffekt bist du danach ein Stück, naja, ein Stück Fleisch, das noch funktioniert, aber diesmal heißt Persönlichkeits... starke Persönlichkeitsänderungen. Du bist nicht mehr wirklich der, der du vorher warst. Du bist eher so ein funktionierender... irgendwas noch. Also wenn ihr da draußen an der Welt heute verzweifelt und euch denkt, wie doof sind denn einfach alle, dann lest euch mal die Geschichte der Lobotomie vor. Und wie viele Leute sich selber oder ihren Ängsten angetan haben, weil sie dachten, das wäre eine gute Idee. Ja, das war ja richtig in. Die sind ja dann durch die Lande gezogen mit so Busen und haben gesagt, ja, wer braucht eine Lobotomie. Da wurden einfach Leute kurzfristig ausgebildet, das mal eben zu machen als Lobotomie-Techniker und dann klack, klack, Lobotomie, fertig. Der Nächste, bitte. Ja, das erinnert mich ein bisschen an Robin Hood, Helden im Strumpfhosen, wo Mel Brooks als fahrender, was weiß ich, Pfarrer, durch die Gegend fährt und sagt, er hat Beschneidungen im Angebot. Und dann sagt er, es kommt total gut bei den Mädels. Ja, und dann... Warum der? Dann halt alle, ja, hier, ich will eine, ich will eine, ich will zwei. Und dann zeigt er quasi an so einer Mini-Guillotine und einer Möhre, wie das funktioniert. Und danach verzichten alle. Ich finde, wir sollten echt mal eine Folge über Lobotomie machen. Das klingt total witzig. Das klingt nach Spaß. Ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich hatte es erst bei meiner letzten Pen & Paper-Runde drüber. Also. Sehr lustig. Zurück zu Muniz. Der präsentiert seine Entdeckung am 7. Juli 1927 der Société de Neurologie und der Académie de Médicine in Paris. Entschuldigung. In Paris. Und er hat es jetzt als erster möglich gemacht, Blutgefäße im Hirn mit Hilfe von Kontrastmitteln detailliert abzubilden. Und das bringt ihm immerhin eine Medizin-Nobelpreis-Nominierung. Ja. Finde ich durchaus verdient. Zwischen 1927 und 1931 führt er 302 Arteriographien durch. Angiographie ist der Oberbegriff. Und wenn du das auf eine Arterie machst, dann ist das eine Arteriographie. Gibt für wen auch einen Begriff, den habe ich vergessen. Und er macht dann auch einige erfolgreiche Operationen, bei denen er Geschwütze entfernt, was mindestens genauso bemerkenswert ist. Also ich finde eh so offene Kopf-Operationen, das ist irgendwie, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da was Sinnvolles dabei rauskommt. Da ist ja schnell was kaputt, ne? Da ist schnell was kaputt. Es ist halt doch erstaunlich, wie viel Redundanz im positiven Sinne, also wie viel sozusagen Backup der Mensch irgendwo hat, dass wenn mal irgendwo was hin ist, ein anderer Teil übernimmt, auch beim Hirn. Ja, so 95 Prozent so, eigentlich. Aber du weißt halt nicht, welche. Das ist Quatsch mit diesem, der Mensch benutzt nur 5 Prozent von deinem Hirn. Das ist Blödsinn. Aber dass du halt wirklich einfach einen Teil vom Hirn im Zweifelfall verlieren kannst und du funktionierst noch. Ja. Das finde ich völligen Wahnsinn. Die Forschungen von unserem lieben EGAR führen jetzt dazu, dass sehr bald, sehr gut zwischen verschiedenen Arten von Tumoren unterschieden werden kann. Was auch schon ziemlich spektakulär ist in der Zeit. Ja. 1931 führt er zum ersten Mal eine Arteriographie mit Thorotrast durch. Ein Mittel, das zwei Jahrzehnte lang das Standard-Kotastmittel für die Angiographie sein wird. Bis es dann 1950 verboten wird, weil sich herausstellt, dass das radioaktive Zeug sich einfach wahnsinnig lange im Organismus hält und einfach viel zu langsam zerfällt und sich deswegen auch relativ ungünstig auf den Menschen auswirkt. Ich muss gerade sagen, bei modernem Kontrastmittel hast du ja Sachen, die nach Möglichkeit sehr schnell aus dem Körper ausgeschlemmt beziehungsweise die auch sehr schnell zerfallen. Genau. Sagt man wirklich ausgeschlemmt? Ausgeschlemmt, glaube ich. Oder wenn? Ausgeschlemmt? Oh Gott. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin kein Mediziner. Dafür erhält Moniz jetzt seine zweite Nominierung für einen Medizin-Nobelpreis. Also der ist ganz schön unterwegs. In den Folgejahren entwickelt er noch ein paar krasse weitere Aufnahmetechniken. Unter anderem die Karussellaufnahme, bei der in einer Sekunde sechs Röntgenaufnahmen angefertigt werden. Ah. Also das sind halt Dinge, die man heute noch weiß, wo man heute irgendwie hochgezüchtete Maschinen hat, um das irgendwie wahnsinnig zu optimieren, hat der in den 30er Jahren halt einfach schon gemacht. Weil wenn man sich überlegt, wenn du heute so Aufnahmen siehst von einem Herzen, das du von einer Person machen kannst, die sind ja dreidimensional, aber prinzipiell müssen die ja auch scheibchenweise aufgenommen werden. Und viel anders, als was da vorhanden ist, dass du sagst, du hast mehrere Bilder. Und ich vermute bei ihm, da ist natürlich das Problem, du hast es nicht so aus der Ebene, aber dass du mehrere Bilder einfach nacheinander machen kannst, das ist natürlich sehr wertvoll. Also ich stelle mir vor, dass da wirklich einer in der Mitte von einem Karussell sitzt und außen rum so riesen Röntgenapparate drumherum fahren. Ich weiß nicht, wie so ein Röntgenapparat damals, der muss ja unfassbar groß und klobig und kompliziert gewesen sein. Wie gesagt, guck dir, ich meine, guck dir selbst heute einen an, aufgrund der Strahlenschutz zumindest, musst du das ja, kannst du es ja so kompakt nicht bauen. Nein, ich nehme alles zurück. Es gibt ja inzwischen auch Mobile, die man mit aufs Schlachtenfeld nehmen kann. Von daher, na gut. Es gibt so kleine, so kleine, die man auch auf Stationen im Krankenhaus rumfahren kann und so, so ganz kleine Röntgenapparate. Aber das ist wie so ein Minitower für deinen PC. Das hat halt dann auch alle Anschlüsse. Ein spitzemäßiger Vergleich. Weitere Bücher und Publikationen beschäftigen sich außerdem mit Politik, kennt er sich ja auch aus, Hypnose, Psychosen, Blutströmen im Gehirn und, und, und. Vielseitig interessiert das Kerlchen. Fleißig. Fortschrittliche Bildgebung ist jetzt das eine. Die operative Behandlung, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, das ist jetzt aber nochmal was ganz anderes. Und da ist jetzt 1935 dieser Neurologen-Kongress in London. Das ist überhaupt der zweite Erst seiner Art. Und in der Zeit sind Frontallappen gerade der heiße Scheiß. Keiner weiß, was die Dinger im Kopf überhaupt machen, aber sie sind in dem Jahr auf jeden Fall das Thema auf diesem Kongress. Diese Frontallappen sind sowas von angesagt. Die sind sowas von in Mode. Und da gehen jetzt... In Weißheinsauce. Da gehen jetzt zwei Ärzte aus Yale, die heißen Fulton und Jacobson, auf die Bühne und erzählen von einer Testreihe, die sie ihm an zwei Schimpansen gemacht haben. Einer der Affen war total launisch, hat sich ihm auf den Boden geworfen, hat mit Kacke geworfen und was man halt so macht, wenn man als Affe mal schlecht drauf ist. Becky hieß der Affe, glaube ich. Und weil der sich absolut nicht wieder eingekriegt hat, haben die das einzig Logische getan. Frontallappen durchschneiden? Sie haben ihm seinen Frontallappen weggenommen und haben quasi nachgewiesen, dass der Affe damit ruhiger und kooperativer wurde. Das klingt aber auch wie Lobotomie. Da gibt es jetzt die Anekdote, dass Moniz an dieser Stelle aufgestanden seien und die beiden Ärzte gefragt haben soll, also wenn das am Affen funktioniert, geht das nicht auch beim Menschen? Let's find out! Entrüstung auf der Bühne? Nein, das menschliche Gehirn ist ja viel zu kompliziert. Nee, ist es nicht, aber trotzdem wirst du dafür zu... Aber Moniz kaut da jetzt in Gedanken weiter drauf rum. Er erinnert sich, dass er aus dem Krieg Soldaten erlebt hat oder im Krieg Soldaten angetroffen hat, die eine Kopfverletzung hatten im vorderen Bereich an den Frontallappen und dadurch komplett im Wesen verändert wurden. Und das lässt ihm keine Ruhe und er stellt jetzt die... Also für ihn ist eigentlich klar, ja, es ist eigentlich für ihn schon Fakt, Geisteskrankheiten bestehen oder liegen zugrunde... Gar nicht eine Ursache im Hirn. Was habe ich hier für einen Satz aufgeschrieben? Also sozusagen, dass das Hirn irgendwo was hat, was man ändern muss, wegschneiden, wie auch immer... Nein, nein, sehr viel konkreter. Also Geisteskrankheiten rühren von abnormen Verbindungen, abnormalen Verbindungen zwischen den Frontallappen her. Also gar nicht Frontallappen zum Gehirn, sondern eigentlich so zwischen den... Das sind ja zwei links, rechts, zwischen den Frontallappen. Er beschreibt eine Fixierung der Synapsen, was sich seiner Meinung nach in prädominanten, obsessiven Ideen äußert. Also dadurch, dass die fest sind und irgendwie unbeweglich, dadurch kommt man eigentlich auf dumme Ideen. Und wenn man jetzt weiterdenkt, könnte man auf die Idee kommen, dass man da ja ganz einfach was dagegen tun könnte. Schnipp, schnapp, kommt die Schere. Seine konkrete Hypothese also. Wenn man die weiße Substanz, und ja, das ist ein medizinischer Fachbegriff, wenn man die weiße Substanz zwischen den Frontallappen chirurgisch entfernen würde, könnte man damit doch den Geisteszustand von Mentalpatienten verbessern. Schnipp, schnapp, geht's dir wieder gut. Aber das ist ganz amüsant, dass ich die Lobotomie erwähnt habe, weil tatsächlich... Eigentlich ist das ja ein tücher Fall, was du die Lobotomie vorher benutzt hättest für sowas. Was heißt vorher benutzt hättest? Die kommt ja erst noch. Die kommt später erst. In der Geschichte. Ach, schmal. Also ich weiß nicht, ob in diese Geschichte... Der Jürgen Grin. Historisch kommt die später. Erschwerend kommt jetzt auch noch hinzu, dass mit Gottlieb Burkhard... Ich wollte ja schon gerade sagen, ob vielleicht die Folge in Wirklichkeit um Lobotomie geht. Ich erzähle noch. Aber... Ich erzähle noch vorhin von der Japan-Folge, die ich so zufällig gelöst habe. Ich glaube, ich habe was Neues. Aber es ist ja schämen, dass ihr mir hier gerade versucht, Lobotomie zu erklären, aber eine Stunde lang nicht merkt, dass ich schon längst über Lobotomie rede. Goddammit. Ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, das ist doch das gleiche Verfahren, was die vorhaben, wie die Lobotomie aus. Ich habe schon überlegt, ob ich euch jetzt einfach entrüstet gefährliches Halbwissen vorwerfe und korrigiere. Ich habe gedacht, ich schweige und schaue, wann ihr selber draufkommt. Immerhin haben wir diesmal Halbwissen. Normalerweise haben wir gar kein Wissen. Stimmt. Das ist schon mal was Neues. Also erschwerend kommt jetzt hinzu, also solange ihr jetzt noch darüber nachdenkt, da kommt jetzt erschwerend hinzu, dass mit Gottlieb Burkhard die Schwelle zur Psychochirurgie, also dem Herumschnippen im Hirn zur Behandlung von Geisteskrankheiten, das ist der Fachbegriff, die wurde 1888 eigentlich schon genommen. Also da hat der liebe Burkhard mit, sagen wir mal, umstrittenem Erfolg schon daran gearbeitet. Das war ein Nervendoktor und leider eine Irrenanstalt und der hat sechs Patienten operiert. Bei vier lautete vorher die Diagnose primäre Verrücktheit. Die anderen beiden hatten, glaube ich, Sekundäre Verrücktheit. Tertiäre vielleicht auch. Depressionen hauptsächlich. Der liebe Gottlieb trennt jetzt also bei sechs Patienten munter die Verbindung inzwischen in den diversen Gehirnregionen. Ich glaube, der war auch gar noch nicht so weit, dass er wusste, was sie jetzt Frontallappen und der hat einfach, glaube ich, mehr so experimentell sich dem Thema genähert. Und der hat bei einem Patienten hat es innerhalb von fünf Tagen zum Tod geführt. Bei einem zweiten hat es in einem Selbstmord geendet. Ich habe vorgehalten. Alles gut. Dieses Mikrofongeräusch. Für einen Moment habe ich gedacht, du brichst gerade den Lachen aus. Hört ihr zu Hause nicht und das ist gut so. Zwei Patienten zeigten danach keine Veränderung in den Symptomen und die restlichen beiden wurden tatsächlich ein bisschen ruhiger. In seinen Veröffentlichungen zu dem Thema verkaufte er das als 50 Prozent Erfolgsrate, was ich mathematisch durchaus sportlich finde. Ja, aber man muss halt wirklich betonen, dass 50 Prozent Erfolgsrate bedeutet, dass du halt so zombimäßig durchs Leben schlürfst ab sofort. Dass das der Erfolg ist. Dass es der Erfolg ist. Ja, dass du halt nicht mit dem Kopf gegen die Wand knallst und schreist, mich verfolgen alle, sondern dass du halt einfach nur noch… Aber das ist jetzt eben der Fakt. Und da möchte ich jetzt auch mal kurz, dem möchte ich kurz etwas Zeit einräumen. Ihr müsst euch die Zeit vorstellen. Es gibt keinerlei Medikamente gegen Psychosen, gegen Depressionen, gegen irgendwas in dieser Art. Es gibt keine Behandlungstherapien. Es gibt also zumindest nichts Wirkungsvolles. Die Ärzte waren in der Regel komplett hilflos. Zitat von Burkhardt. Ärzte sind von Natur aus unterschiedlich. Der eine hängt an dem uralten Grundsatz. Erstens nicht schaden. Primum non nocere. Nocere? Nocere? Wer von euch spricht Latein? No, no, no. Der andere sagt sich, es ist besser etwas zu tun, als gar nichts zu tun. Melius anzeps remedium quam nullum. Ich gehöre definitiv in die zweite Kategorie. Also, die waren einfach so, ja, schlimmer kann ich es auch nicht machen, Hauptsache ich tue irgendwas. Das ist so ein bisschen das Erste-Hilfe-Prinzip eigentlich. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich schon gespoitert habe, dass das halt später dann tatsächlich auch Fälle ausgeweitet wurde, die nicht so ganz offensichtlich waren. Aber dazu kommen wir sicherlich noch. Ich glaube, das haben die meisten schon mal gehört, die den Begriff Lobotomie irgendwie verorten können. Aber wir sind ja noch lange nicht bei der Lobotomie. Schön. Logischerweise gibt es auch noch andere coole Ansätze. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt nichts Wirkungsvolles. Es gab natürlich viele Versuche, um mit Geisteskrankheiten irgendeine Veränderung zu provozieren. Unter anderem mit Elektroschocks, mit Hitze- und Kältetherapien, mit kompletter Licht- und Geräuschisolation für mehrere Tage, was wahrscheinlich das fieseste von dem. Das glaube ich auch. Alter Schwede. Wobei, mein absoluter Favorite ist ja, die Menschen absichtlich mit Malaria zu infizieren, um mit dem Fieber quasi eine Heilung von Geisteskrankheiten zu provozieren. Ah, okay. Ich finde ja auch relativ spannend, den Gedanken. Also ich verlinke euch mal eine schöne Sammlung von Therapieansätzen mit Bildern. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Ich habe dich selten so freudig erlebt. Es ist tatsächlich dadurch, dass ich, ich habe es schon mehrfach in den letzten Folgen Band, die so ein bisschen ins Pen-and-Paper-Spielen zuletzt gerutscht bin und das Setting ganz oft 1920er Jahre, 1930er Jahre sind und wir jetzt auch in den letzten Runden einen Charakter dabei hatten, der zum Beispiel Irrenarzt war. Ja, habe ich mich halt auch in dem Thema schon ein klein bisschen eingelesen, aber eher so um das soziale Außenrum als jetzt um Therapieformen. Ihr müsstet auch jetzt. Das damals wirklich irre wegsperren, eher die Therapie in Sachen Psychologie und Co. war. Ja. Müsst ihr da auch den Philipp jetzt sehen, wer jetzt wirklich so ganz aufrecht und interessiert gerade an meinen Lippen hängt. Ja. Philipp ist gerade mega gespannt. Ja, ich freue mich auch total, gerade weil ich, nein, 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 weil ich eben auch gerade total an dem Thema aus dieser Pen-and-Paper-Sicht her auch interessiert bin. Unterstützt durch seinen langjährigen Assistenten Almeida Lima sucht sich Moniz nun 20 Patienten und Patientinnen mit verschiedensten Krankheitsbildern. 1935 liegt die erste davon unter dem Messer. Ganz kurze Frage, in welchem Land ist sie gerade tätig? Immer noch in? In Portugal. Portugal. Gut. Die erste Patientin ist eine 63-jährige Frau, die unter Depressionen, Angstzuständen, Paranoia, Halluzinationen und Schlaflosigkeit reitet. Ach du liebe Zeit. Moniz selbst hat schlimme Gicht, also der kann eigentlich jetzt auch gar nicht wirklich handgreiflich werden. Er instruiert seinen Assistenten Lima, wie genau der jetzt mit dieser nicht ganz freiwilligen Testkandidatin umzugehen hat. Also das ist ja der wichtigste Fakt bei einem ganzen Tag. In der Regel sind die Leute gar nicht in dem Zustand, um selber entscheiden zu können. Ja, ich möchte. Aber die waren im Irrenhaus und hatten Vormund gehabt oder wie genau wurde die jetzt reiblich gemeldet? In dem speziellen Fall kann ich es dir nicht sagen. Ich werde später vielleicht noch Fälle haben, wo ich dir mehr Informationen dazu geben kann. Bei dem speziellen weiß ich es nicht. Unter Vollnarkose zerstört Lima in einer Operation den Frontallappen. Dabei bohrt Lima auf beiden Seiten des Kopfes jeweils ein zwei Zentimeter großes Loch in den Ohrs. Also hier so an der Schläfe so irgendwo. Aber ganz kurzer Hinweis. Es gibt OPs, die machen es notwendig, dass du deine Schädeldecke entfernst. Ja. Und bist überwacht als Mensch. Dabei wach bist. Weil die Leute, das Gehirn ist so schlecht erforscht, dass es da wirklich Operationen gibt, wo die erst rausfinden müssen, in welcher Gehirnregion sie überhaupt aktiv werden. Und solange du dann auf Dinge antworten kannst oder zählen kannst oder irgendwas, wissen die halt, ob sie gerade richtig oder falsch sind. Das finde ich sowas von mega gruselig. Andererseits hast du, glaube ich, wenig Schmerzrezeptoren direkt im Gehirn. Du hast gar keine. Von daher… Und im Endeffekt, du kriegst ja vor, zumindest so einen Ruhigsteller, so einen… Ja. Hattest du schon mal eine Magenspiegelung oder sowas? Nein, tatsächlich. Das sind ja so mit die spannendsten Medikamente, die du dafür kriegst. Weil du musst ja auch wach sein, so. Aber das ist halt so, man sagt immer, das leckt mich am Arsch, Medikament, so. Und da ist dir halt wirklich alles wurscht. Dass dir jemand gerade einen Schlauch in den Hals schiebt. Ja, pfff. Scheißegal. Ist halt so. Wird schon passen. Okay, okay. Muss man eigentlich wach sein dafür? Sind die frei verkäuflich? Ich weiß nicht, warum man da wirklich wach sein muss dafür. Also, vielleicht, weil es dem Arzt dann mehr Spaß macht. Das ist bestimmt die medizinische Begründung. Freude des Arztes. Ich habe keine Ahnung. Also, zwei Zentimeter große Löcher, ja. Und ich glaube nicht, dass die frei verkäuflich sind, um auf deine Frage zu antworten. Die Löcher müssen jetzt nochmal händisch ein bisschen vergrößert werden. Nochmal so ein paar Millimeter, ja. Muss man noch ein bisschen nachbohren. Dann führt der Operateur ein langes Messer in den Schädel der alten Frau. Der Neurologe, also Moniz, dirigiert. Das Messer muss ungefähr bis zur Schädelmitte, also stellt euch das bitte bildlich vor, ja. Hier von der Schläfe, ja, so bis zur Mitte vom Schädel. Also Mitte vom Schädel, so zwischen den Augenbrauen, ein paar Zentimeter nach oben. Und dann stochert, also das ist jetzt kein medizinischer Fachbegriff. Jetzt schon. Wäre so witzig, wenn es wäre. Dann stochert Lima mit dem Messer im Hirn ein bisschen rum, bis ausreichend weißes und graues Gewebe zerstört ist. Und dann macht er das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Aber woher weiß er denn, dass ausreichend weißes und graues Gewebe zerstört wird? Das ist auch mein Gefühl. Hab gut Glück. Du, das ist ein Pionier, ja. Der kann das nicht wissen. Das muss man jetzt halt mal... Das ist wie, wenn du gekochte Kartoffeln auf den Teller und dann nimmst du die Gabel und drückst ein wenig drauf rum. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist ein schöner Kartoffelbrei. Genau. Außerdem, die haben das vorher ja an Leichen probiert, ja. Da hat es gepasst. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Vielleicht ist was mit deinem Gefühl falsch. Also es kann auch sein, dass das mit den Messern, das kam, glaube ich, tatsächlich erst ein paar Operationen später zum Einsatz. Bei den ersten Malen haben sie Alkohol verwendet. Also sie haben irgendwie Alkohol in diese Löcher gekippt, wahrscheinlich mit irgendwie einem Strohhalm oder irgendwas. Es hat halt Flächenschaden, ja. Schaut euch das einfach vorhin. Einen groben Flächenschaden, so knapp hinter der Stirn, ja. Es wird von einer raschen Erholung der Patientin berichtet und von einer deutlichen Verbesserung ihres Zustands, was mir einfach schwerfällt zu glauben. Es ist halt die Frage, wenn du vorher von Ängsten geplagt die ganzen Tage abfreien bist und danach liegst halt sabbernd in der Ecke und bist für die Welt erstmal nicht so das Problem, bist du halt besser als vorher. Schon nach zwei Monaten hält ein Psychiater fest, dass sie ruhiger und weniger paranoid ist und sich insgesamt gut zurechtfindet. Vielleicht ist es aber auch interessant, an der Stelle festzuhalten, dass die Dame nie aus der Psychiatrie entlassen werden wird. Von den insgesamt 20 OPs der ersten Runde werden sieben als erfolgreiche Heilung verbucht, weitere sieben als Verbesserung und die restlichen sechs als keine Veränderung des Zustands. Und das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Quote, oder? Ist es für niemand dabei gestorben? Bei den 20? Noch, nee. Bei den 20 jetzt mal nicht. Okay. Was aber auch krass ist, wenn du mir überlegst, wie amateurhaft das Ganze ist. Und was sie da tun, das ist unfassbar. Ja, ja. Nach den ersten zehn Operationen haben sie schon eine erste Verbesserung ihrer Operationstechnik am Start. Statt Gewebe kompliziert mit Alkohol zu zerfressen oder mit einem Messer zu zerschnippeln, verwenden sie fortan so eine Art Nadel, die vorne dran so eine ausziehbare Drahtschlinge hat. Und das Ganze heißt dann Leukotom. Und durch Bewegen und Drehen der Schlinge werden dann Fasern aus weißer und grauer Substanz durchtrennt. Brutal, ungenau und brutal ungenau. Und umso witziger, dass das Verfahren als Präzisionsmethode in die Geschichte eingeht. Das ist in etwa so, als hätte Tell den Präzisionsschuss auf den Apfel mit einer Schrotflinte abgegeben. So irgendwie kommt es mir vor. Und wenn er trotzdem alle Kugeln in den Apfel gegessen hätte, dann wäre ich sehr beeindruckt. Wie dem auch sei. Nach ungefähr 40 dieser Operationen blickt Moniz zurück und beschließt, ey, läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Die, Zitat, Die präfrontale Leukotomie ist eine einfache und stets sichere Operation, die sich als effektive operative Behandlung bei bestimmten Fällen von mentalen Störungen herausstellen könnte. Okay, ich finde gut, dass er den Konjunktiv verwendet. Und, dass er auch sagt, nur für besondere Fälle und nicht auf so ein, das verbessert das Leben an jeden Mannes und an jeder Frau. Also Moniz war halbwegs realistisch, ja. Er muss auch bemerkt haben, dass er Menschen damit in komplettes Gemüse verwandelt, ja. Desorientierung, Apathie, Inkontinenz, das volle Programm, ja. Ich glaube, er nimmt vieles davon hin, weil er meint, dass er sie trotzdem von ihrem Leiden erlöst hat. Was er durchaus vielleicht, ich meine, wer kann das beurteilen, ja. Keine Ahnung, also in der Psychiatrie in der damaligen Zeit musst du dir so vorstellen, dass einfach erwachsene Menschen schreien. Und der andere. Ja, und das 30, 40 Stück. Ja, aber auch ein Stück weit so gefängnismäßig einfach weggesperrt waren. Er sagt auch, also wie gesagt, Moniz ist ziemlich realistisch unterwegs. Er sagt auch, wessen Geist aber schon zu weit von der Krankheit zerstört ist, dem hilft auch die Leukotomie nicht mehr. Aber bei Depression beispielsweise wirkt das Verfahren wahre Wunder. Also er hat auch schon erkannt, okay, es gibt einfach Fälle, wo das auch nichts bringt, ja. Leichter Schnupfen, ja, bringt halt nichts, ihm dann das zu zerschnippeln. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz. Vielleicht hat man nicht genug zerschnippelt. Ich würde gerne nochmal den medizinischen Hintergrund ein bisschen auswälzen, ja. Oh, gerne. Der Teil des Hirns hinter der Stirn besteht aus zwei Lappen, dem Stirnlappen oder auch Frontallappen, ja. Die ragen so ein bisschen von der Stirn so nach hinten und ein bisschen nach unten und sind so der ganze vordere Teil des Kopfes eigentlich. Die werden üblicherweise in den Motorkortex und den präfrontalen Kortex eingeteilt. Der Motorkortex, der liegt etwas weiter hinten, steuert hauptsächlich die Motorik, ja, deswegen heißt er auch so. Der präfrontale Kortex ist vorne und der ist eher so für kognitive Prozesse verantwortlich. Hören, sehen, situationsgerechtes Handeln und ähnliche unwichtige Dinge. Jetzt gibt es viele Erkrankungen des Hirnbereichs, die so Folgen haben wie Schwierigkeiten in der Handlungsplanung, verminderte Selbstkontrolle, starke Impulsivität, schlechtes Sozialverhalten und so weiter und so weiter und so weiter. Und da liegt der Schluss, bei solchen Problemen die Ursache in genau diesem Gehirnbereich zu suchen, eigentlich ja nahe. Ja, alles logisch. Und genau, deswegen ist Monis Sicht der Dinge eigentlich jetzt an der Stelle oder sein Schluss, finde ich, vollkommen nachvollziehbar. Ist er auch nicht irgendein verrückter Quacksalber? Nein, nein, nein. In der Zeit, wo keiner genau weiß, was im Gehirn abläuft, vermutet er, dass einfach falsch verfestigte Verbindungswege zwischen den Gehirnteilen zu Wahnvorstellungen führen. Ja, und ich sage mal, andersrum kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn du jetzt sagen würdest, du hast da übermäßig viel, das ist viel zu viel, dass da auch was dran wäre, von daher. Und er geht ja auch davon aus, dass er nicht irgendwie das Leiden behebt, indem er diese schlechten Verbindungen trennt, sondern er geht davon aus, dass daraufhin dann die Verbindungen neu und gesund wieder wachsen können. Also, dass dann eigentlich der Heilungsprozess irgendwie beginnt. Aber dann kann er ja gar nicht den Erfolg nach wenigen Wochen messen. Das ist ja auch völliger Quatsch. Die Zahlen auch, die sie dann selber messen und dann sagen, okay, das war irgendwie, sieben war irgendwie geheilt plötzlich und so. Das ist auch völlig. So, also. Ich gebe dir eigentlich den Dosenbiere. Jetzt haben wir hier mal ein Neondosenbier. Wer, das kann nichts. Fünf Prozent helles Bier. Prost. Ja, man hätte es vielleicht kühlen können vorher, aber ansonsten kann man es trinken. Es stand nur in einem Monat in meinem Auto. Gut geschüttelt. Also, dem Moniz als Pionier der Psychochirurgie war eigentlich klar, dass beim Herumschnippeln im Hirn oft auch gar nicht um Heilung geht. Also, ja, es geht darum, dass da neue Dinge entstehen, aber oft… Ja, und du erkennst vielleicht auch was, für was gut ist. Oft geht es auch darum, einfach Symptome zu lindern. Also, ihm ist auch klar, dass das nicht das Heilmittel für alles ist. Ja, ja. Und, also, man muss klar festhalten, das Verfahren, die zugrunde liegende Überlegung ist ja grundsätzlich richtig, aber das Verfahren ist einfach so wahnsinnig brutal und ungenau, dass du auch überhaupt nicht vorhersehen kannst, was dann eigentlich passiert. So, der eben erwähnte Herr Freeman, der wird unserer kleinen Geschichte hier gleich nochmal eine ganz neue Dimension geben, denn neben der Präzisionsmethode hat der noch eine zweite, sehr viel populärere Art entwickelt, Menschen mental zu verstimmen. Und ich glaube, ihr wisst ja schon, was jetzt kommt, deswegen spare ich mir die Frage, ob ihr euch wirklich mit mir in diese Abgründe begeben wollt. Na, aber hallo! Da, da, da! Deswegen sind wir doch hier. Da, da, da! Walter Jackson Freeman II. wird 1895 in Philadelphia geboren. Moment. USA? Fragezeichen? Fragezeichen. Und der hat leider aus beruflichen Gründen heute keine Zeit, um live dabei zu sein. Ja, das hätte mir jetzt wirklich gefallen. Einspiele! 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 Aber wir tun einfach so, als wäre er hier. Ja, Travis, lass uns mal hören, was du zu sagen hast. What's up, fellas? Hi! Was wollt ihr nochmal wissen? Walter Freeman. Geboren am 14. November 1895. Hab ich schon gesagt. Das ist in Philly auf, also in, like, Pennsylvania. Sein Großvater war schon ein Chirurg im amerikanischen Bürgerkrieg. Das heißt nicht viel. Er hatte also eine Knochensäge und hackte Gelenke am Schlachtfeld ab. Freeman aber studierte bei Yale, dann Neurology auf der University of Pennsylvania's medizinische Schule, wo er von William Spiller unterrichtet wurde. Eines der praktischen Gründer der modernen Neurologie. Spiller wollte aber mit Friedman nicht arbeiten, also zog er nach DC. Dort wurde er Leiter eines Neurology-Abteils. Hier, also in Washington, erfuhr Friedman von Monitz und wurde zum großen Fan. Dominik hat bei dem Wort Knochensäge so diebisch gelacht. Ich habe tatsächlich diebisch gelacht, weil ich ja vorhin der, ähm, Victoria, die Victoria explizit nochmal erwähnt habe. Und die ist ja ein Riesenfan von hier, dem Nick. Von unserem Podcast, Nick. Das finde ich jetzt dermaßen bemerkenswert, dass ausgerechnet an dem Tag immuniert, dass sie nicht in der Hauptfolge erwähnt wird, jetzt ein Einspieler vom Nick kommt. Der Hammer. Schön. Danke, Travis. Ja, ist noch nicht vorbei. So schnell kommen wir. Das ist ja, also bitte, komm. Der Travis, der macht keine halben Sachen. Du unterschätzt das Mitteilungsbedürfnis von unserem amerikanischen Podcaster-Kollegen. Ich kenne ihn doch in persona sogar. Eben. Also, zurück zum Thema. Ja, bitte, Kontenanz. Freeman nimmt jetzt die Methode Moniz, die Leukotomie und überdenkt zuallererst mal den Namen, ja. Tomie heißt vom Wortstamm her sowas wie durchtrennen, was ja schon mal ziemlich gut passt. Leukos heißt weiß, also wird streng genommen nur die weiße Substanz durchtrennt. Und also die Faserverbindungen, also weiße Substanz sind Faserverbindungen im zentralen Nervensystem. So hat der Name. Jetzt schauen wir mal, ob Travis dazu noch was zu sagen hat. Freeman nannte das ursprünglich Lobotomy. Und jemand, der diesen Eingriff an sich vollbracht hat, ist lobotomized, was heute praktisch ein Synonym für vegetative state ist. Dein präfrontaler Kortex übrigens ist das, was uns zum Menschen macht. Planen, Instinkte unterdrücken, also auch soziales Benehmen. Der Unterschied zwischen Gut und Böse, um gute Entscheidungen zu treffen. Und nicht nur, wie Affen uns gegenseitig mit Kot bewerfen. Das ist der Prefrontal Cortex im Frontal Lobe. Trump zum Beispiel hat einen sehr kleinen präfrontaler Kortex. Fake News, I have the biggest prefrontal cortex. Zu viele von Freemans Patienten starben auf den Operationstisch. Und so verlor er eben seine Approbation, um Medizin überhaupt zu praktizieren. Einfach, der Typ ist einfach gut. Das ist, glaube ich, meine zweitliebste Aussprache eines deutschen Ausdrucksgrad gewesen. Nach Convermountain-Blase. Also, nochmal ganz kurz erklärt. Freeman etabliert jetzt den Begriff Lobotomie. Lobos heißt grau und bezieht sich auf die sogenannte graue Substanz. Vorrangig, also auf Schnitte in dem Neocortex. Und ich verrate es euch jetzt auch gleich, im Grunde ist beides falsch. Denn in den üblichen Verfahren werden sowohl weiße als auch graue Substanz beschädigt. Und deswegen kann man eigentlich beide Begriffe heute synonym verwenden. Aha. Also Leukotomie und Lobotomie ist eigentlich das Gleiche. Einmal weiß, einmal grau. Und eigentlich beides falsch. Weil immer beides dabei ist. In Frankenssagt, man kupft wie gesprungen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade aufmerksam aufgenommen habt. Und der Freeman hat seine staatliche Erlaubnis zu praktiziert verloren. Weil er anderen Menschen am Hirn umgepfuscht hat. Er hatte ja auch vorher schon einen gewissen Ruf. Der hat vorher schon mit Elektroschock, aber auch mit Insulin und Metrazol-Therapien experimentiert. Metrazol ist ein Mittel, das wahnsinnig heftige Krampfanfälle auslöst. Manchmal so stark, dass es bei Patienten zu Knochenbrüchen kommt. Und was bringt es dann? Warum will man das jemals? Naja, um Geisteskrankheiten zu behandeln. Aber was für was warst du ursprünglich da? So in der für das entwickelt worden. Also blöd gesagt. Menschen machen blöde Sachen. Nein, nein, nein. So einfach ist es auch nicht. Es ist ja tatsächlich auch so, dass es Therapien gibt, die mit Elektroschock arbeiten, die bis heute anerkannt und wohl praktiziert sind. Da gibt man halt Leuten auch dementsprechend entweder Schmerzmittel oder führt es unter Betäubung durch. Und dann legst du auch da wirklich so klassisch, wie in diesen Filmen immer gezeigt wird, Strom an und handelst mit Elektroschocks. Und das wirkt tatsächlich positiv auf die Psyche ein. Man hat nämlich irgendwann festgestellt und Achtung, jetzt wird das Halbwissen ausgepackt. Jetzt erst. Genau. Also hier jetzt ganz, ganz vorsichtig. Wenn ich mich nicht täusche, hat man festgestellt, dass Leute, die an epileptischen Anfällen leiden, tendenziell seltener von ganz schweren Depressionen geplagt sind. Jetzt ist natürlich eine Frage Ursache-Wirkung, aber können wir mal probieren. Und da kann man drauf tatsächlich, was passiert jetzt, wenn wir die Leute in diesen Zustand versetzen, wie die diese epileptischen Anfälle haben. Und das ist eben das Prinzip hinter diesen Elektroschock-Therapien, die bis heute angesetzt werden. Und natürlich jetzt nicht mehr wie in, keine Ahnung, A Beautiful Mind unter großen Schmerzen, sondern heute unter ärztlicher Aufsicht und dann ordentlich gesichert, dass dir währenddessen nichts passiert und dass du entweder schmerzfrei oder komplett bewusstlos bist an einem ausgeübt. Du, das war damals auch unter ärztlicher Aufsicht und fixiert. Ja, aber sicher nicht schmerzfrei. Genau. Ich glaube, da gibt es tatsächlich zwei Dinge dazu zu wissen. Erstens, es gibt garantiert mehr Handlungsmethoden, die wir heute noch durchführen, die irgendwann in 100 Jahren als, oh mein Gott, was hat man da getan? Natürlich, natürlich. Ich sage nicht, dass das dazugehört, aber das ist einfach in der Geschichte der Menschheit schon immer so gewesen. Darmspülung. Und zweitens, tatsächlich ist eine der bitteren Wahrheiten, dass einfach viele unserer Errungenschaften dadurch entstanden sind, dass einfach Generationen von Menschen gestorben sind. Und ähnlich wie Darwinismus halt dann quasi Erkenntnisse über Jahrhunderte erlangt wurden, was giftig ist, was genießbar ist, wo ich besser nicht schwimmen sollte, welche Behandlungsmethode sinnig ist. Warum man keine Nadeln in Gehirnregionen steckt. Genau, also das ist halt so ein typischer Fall von im Nachhinein, ja. Ja, ja. Also ich hätte 1998, also ich behaupte jetzt im Jahr 2000, wusste ich schon, dass eine gute Idee ist, Amazon-Aktien zu kaufen. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch laute Leuten erzählt, ich müsste jetzt eigentlich mein erstes Gehalt mal ein paar Apple-Aktien kaufen. Ich glaube, die gehen mal hoch. Hätte ich es gemacht, hätte ich mir heute von Haus kaufen können. Ich ärgere mich sehr, dass ich es nicht getan habe. Der Mensch, der mir hier gegenüber sitzt, als der zum ersten Mal gesagt hat, man sollte in Bitcoin investieren, der wäre jetzt, glaube ich, zweifacher Millionär. Ich glaube, da waren die so bei zwei Euro. Ja, also zwei, quasi achtstellige Millionen. Und ja, das ist immer leicht, auf die Geschichte zurückzublicken und zu schmunzeln. Diesbezüglich bin ich mir nicht sicher, ob ich das in dem Podcast schon mal erzählt habe. Aber was ich gerne im Bekannten- und Freundeskreis erzähle, ist die Geschichte der Narkose. Es ist zutiefst faszinierend. Es war eine Geschichte voller Missverständnisse. Es war eine Geschichte voller Missverständnisse. Stell dir mal die Zeit von Jack the Ripper vor. Und Sophisticated-Chirurgen des Commonwealth haben dich K.O. geschlagen. Also das war wirklich eine vollkommen normale und angemessene Methode. Weil es noch nicht, dass es so, was war das, Äther gab? Ja, keine Ahnung. Aber es gab, ja, wenn du halt keinen Äther hattest oder der Garten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Äther gab es vielleicht auch erst später oder es war zu teuer. Aber tatsächlich sind unzählige Menschen, wenn ein Bein amputiert werden musste, wenn eine Operation durchgeführt werden musste, einfach vom Schock gestorben, weil du halt ohne Betäubung aufgeschnitten wurdest und ist dein Körper gar nicht verkraftet. Genau, dann gab es eine Zeit lang, war halt klar, ja gut, der Mensch darf nicht mehr mit Bewusstsein sein. Also Äther vielleicht, ja, irgendwann. Aber halt mal ganz kräftig auf die Schläfe hauen, dass er weg ist. Also das war wirklich zeitlang in den höchsten Kreisen, wenn ein König behandelt worden wäre, wäre das die Methode gewesen. Ich habe jetzt gerade mal kurz überlegt, ob ich dir als Hausaufgabe geben soll, dass du einfach mal die Geschichte der Narkose vorbereitet hast. Das wäre eine super Idee. Das wäre jetzt schon mal geil. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal, ich weiß, ich habe es schon getan, ich möchte nochmal den großartigen Podcast Sawbones empfehlen, der quasi genau solche Themen behandelt. Einfach einmal quer durch die Geschichte der Medizin, ja, durch die Medizingeschichte. Ich habe ihn schon abonniert, weil du ihn mir empfohlen hast. Echt cool. Da gibt es auch eine fantastische Lobotomie-Folge, logischerweise. Die habe ich noch nicht gehört. Auch unbedingt mal reinhören. Ich möchte an der Stelle, und mir war das nicht bewusst, erwähnen, dass es quasi ein Ehemann und seine Ehefrau, die Frau ist Ärztin und er ist, wie ich später erst erfahren habe, nicht einfach nur der Ehemann, sondern einer der McElroy-Brüder, die ich kannte als Teil von Polygon, was eine ziemlich geile Gaming-Website ist, des VOX-Netzwerks in den USA. Und die sind mir da schon aufgefallen, weil das sind also drei Brüder und zwei davon waren bei Polygon, jetzt leider Ex-Polygon. Und ich glaube, der Jürgen ist auch ein großer Fan von anderen Formaten, die Damen und Herren machen. Und ich bin mir nicht sicher, hast du das letztes Mal schon erwähnt? Adventure Zone. Adventure Zone. Die haben sich jetzt quasi selbstständig gemacht, haben eben Polygon verlassen und der dritte Bruder weiß nicht, wo der war und sind jetzt ganz groß in der Podcast-Szene eingestiegen und haben jetzt hauptberuflich eben diese, auch letztendlich Pen & Paper Podcasts und sind da unglaublich gut, was die Produktion angeht und unglaublich gut anzuhören. Ich glaube, die haben auch noch viele weitere Formate, die sind auch echt, denen kann man wirklich, wirklich gut zuhören. Ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Und übrigens hast du gerade Lobotomie mit Amazon-Aktien verglichen, das finde ich auch irgendwie interessant. Beides ein Kind ihrer Zeit. Ich glaube, wiederum etwas, worauf man auf unsere heutige Zeit zurückblicken wird und sagen, meine Güte, das ist ja, naja, wie wir jetzt aufs Mittelalter zurückgucken, das ist, glaube ich, echt die Behandlung von psychischen Krankheiten. Hm. Ja. Also. Könnt ihr euch noch erinnern, worum es gerade ging? Ja, der hat seine Zusatzung verloren. Gut, genau. Und was würde man normalerweise machen an der Stelle? Ab ins Ausland und einfach da weitermachen. Ja, oder man würde es einfach bleiben lassen. Aber natürlich nicht unser lieber Dr. Freeman. Lobotomies approved, genehmigt, so die VA eben. So nahm Freeman, der ja jetzt keine medizinische Population hat, einen Neurosirurgen James Watts als Partner. Nur einem Jahr nach der ersten Leukademie übersah Freeman die erste Lobotomie in den Vereinigten Staaten mit Watts 1936. an einer Frau aus Topeka, Kansas. Zwei Monate später waren es 20 Lobotomien. Bis 1942 waren es über 200. Freeman erfand eine einfachere Methode. Ohne Betäubungsmittel, ohne Operationssaal und ohne medizinische Approbation. Und jetzt nicht mehr mit gebohrten Löcher an beide Seiten am Schädel, sondern halt, okay, wir haben doch schon Augenlöcher. Am Auge verbaut. Man braucht also einfach einen Orbitoclast, also einen langen 30 Zentimeter oder so Eispickel. Ganz vorsichtig jetzt am Auge des physisch kranker Personen vorbei, bis man Knochen trifft. Jetzt mit Feingefühl und einem Hammer ein paar Zentimeter ins Hirn. Jetzt mehrmals hoch und runter, dann links nach rechts und zurück und wieder, zack, geheilt. Dann legte Freeman erst richtig los. Zack, fertig. Also, ja, da ist so viel drin. Was aber an der Stelle, was mir noch wichtig ist, man muss jetzt mal sich noch mal kurz in die Zeit versetzen, ja. Während und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg kommen tausende US-Soldaten nach Amerika zurück. Teilweise verstümmelt, viel öfter aber noch und viel schlimmer noch. Traumata. Alle traumatisiert. Also ja, nicht alle, aber halt wahnsinnig, wahnsinnig viele mit dem Krieg. Das war ein wahnsinnig fieser, brutaler Krieg. Die haben wahnsinnig viel Elend gesehen, die kommen nach Hause und finden sich im Leben überhaupt nicht mehr zurecht. Und demgegenüber steht jetzt ein Gesundheitssystem, in dem es praktisch keine wirkungsvolle Therapie und viel zu wenig Fachkräfte für mentale Beeinträchtigungen gibt. Du hast Veteranen, die jetzt in Scharen ins Land kommen und Psychiatrien, Krankenhäuser komplett verstopfen. Ja, und alle sind ratlos. Und plötzlich kommt einer, der eine Lösung hat. Ja, und sie ist so einfach. Es ist vielleicht nicht die beste Lösung, ja, aber es ist eine Lösung. Ja, und also man kann schon verstehen, warum das jetzt plötzlich irgendwie abhebt, dieses Thema. Wie Jürgen schon erzählt hat, in dieser Zeit, also 40er, 50er, 60er in der USA, waren psychiatrische Krankenhäuser sehr übervölkert und mit viel zu wenig Fachkräfte. Und so fing Freeman an zu reisen und fand eine reiche Ernte. Dr. Freeman selbst beschreibt die Wirkung als eine chirurgische induzierte Kindheit und dass die Patienten von der Last des Bewusstseins geheilt werden. James Watts trennte sich von Freeman wegen der Grausamkeit von Transorbital Lobotomy. Transorbital, also durch die Frontallappen. Und zum Glück brauchte Freeman keine Lizenz, also Approbationen, um diese Verfahren auszuüben jetzt. Wait, what? Ich würde da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich habe, glaube ich, gerade einen Strafzettel gekriegt. Beim Thema Grausamkeit ist doch tatsächlich hier eine Politesse um 20.30 Uhr mit der Taschenlampe vor dem Haus und verteilt noch Strafzettel, als ob sie nichts Besseres zu tun hätte. Ich kann aber sagen, warum, weil hier Anwohnerparken garantiert ist. Ja, ich bin ja quasi Anwohner. Ich wohne hier schon fast. Hast du einen Klarkausweis? Nein, natürlich nicht, aber könnt ihr bitte nochmal auf unsere PayPal-Seite hinweisen? Also der Jürgen und ich haben wahrscheinlich jetzt jeweils 20 Euro. Wenn ihr spenden wollt, mindestens 60 Euro, das der Philipp Auvers hat, der hier gelaufen ist. Ich bin zu Fuß da. Also dann der Philipp nicht. Aber ich habe es die Tage erst wieder gesagt, ich habe es auch langsam mal verdient. Und ich stehe jetzt schon so lange ohne Strafzettel, weil es ist halt bisweilen so, dass du in der Stadt keinen Parkplatz kriegst. Punkt. Ja, das ist eine Katastrophe. Du, bei mir werden gerade mehrere Häuserzeilen renoviert und jetzt auch demnächst eine der Haupt-Ein- und Ausfahrtsstraßen auch nochmal aufgerissen. Es ist im Moment eine Katastrophe zu parken. So, was aber eigentlich viel wichtiger ist, ja. Ja. Freeman darf anderen Leuten Eispickel ins Gehirn schieben, ohne eine Lizenz dafür zu haben. Wahrscheinlich gilt es so ein bisschen fast wie so eine modische Operation oder so ein kleiner Eingriff. Das ist ja eher wie so ein kleiner Medizin-Assistenz-Eingriff als wirklich etwas, was ein Arzt machen muss. Ja, das ist wie wenn du beim Zahnarzt den Zahnstein entfernt kriegst. So, vorher. Das darf auch die, wie heißt die? Die Assistentin? Nein, ja. Die Medizinisch-Technische Assistentin? Nein, die haben eine richtige Berufsbezeichnung. Ja, Gott sagen. Weil das ist ja wieder die Dame oder der Herr, die zum Beispiel so ein CT oder ein MR bedienen kann. Das sind die, die mit den Apparaten arbeiten. Genau. Ja. Aber der Zahnreinigungsapparat ist noch kein Apparat. Das ist nur ein Apparatchen. Ach, egal. Im Ergebnis werden die Patienten von Freeman, das ist jetzt ein Zitat, von der Last des Bewusstseins Geheilt. Und das muss man sich mal auf der Zahnarzt begehen lassen. Endlich! Von der Last des Bewusstseins geheilt. Ja, ich meine, ich glaube, dass das manche Leute als Erstrebenswert beertrachten. Walter White. Ich meine, Walter Freeman kaufte sich jetzt einen Wohnwagen, einen schönen, großen amerikanischen Recreational Vehicle, RV, wie meine Großeltern auch hatten. Taufte es das Lobado-Mobil. Kein Witz. Und Freeman zog jetzt durchs Land. Von einer Mental Institution zur nächsten hinterließ er eine Spur von sabbernden Patienten in vegetative states. Ohne Betäubungsmittel nochmal. Das heißt, dieses Lobado-Mobil war mit Elektroschock-Equipment ausgestattet. Und nach einer Elektro-Seizure und da die Patienten ziemlich out waren, dann Eispickel und Hammer raus. Zack und ab zum nächsten. Von New Jersey bis Kansas, Oregon und hin und her quer durchs Land. Walter Freeman verlangte 25 Dollar für jede Prozedur, die er ausführte. Und jetzt kommt's. Über 40 Jahre, über 4000 Lobotomien in 23 Staaten, mindestens 2300 bis 3500 eben diese Eispic-Procedures. Ohne chirurgischen Training. Und 1967 war die letzte Lobotomie. Also die Komponenten des Erfolgs, nochmal zusammenfassend, die Prozedur ist saubillig. Der hätte wahnsinnig viel Geld verlangen können, hat er nicht getan. Er wollte, dass das irgendwie durch die Decke geht. Es war saubillig. Es war anfangs wirklich ein scheiß Eispickel. Ich weiß nicht, ich wusste lange nicht, was ein Eispickel ist. Bei uns gibt's ja sowas faktisch nicht. In Amerika war das… Kenne ich nur aus Basic Instinct. Ja, genau. In Amerika ist das ein Standard-Haushaltsequipment. Da hast du große Eisblöcke und dann hast du da so ein… Das ist einfach ein… Sieht aus wie ein Schraubenzieher, nur vorne ist es spitz. Ja, hast einen Griff, hast vorne eine Spitze und damit machst du dann aus einem großen Eisblock kleine Eiswürfel. Und es ist halt zum Hacken. Also wirklich, du stichst ein wie Psycho mit einem Messer, ist nur auf Eis. Und der schiebt es so auf der Nasenseite am Augapfel vorbei. Also nicht durch die Nase vorhin, Dominik. Da wäre ich schon fast, da muss ich innerlich wirklich mir auf die Zunge beißen. Hab mir noch gedacht. Aber er schiebt es am Augapfel vorbei, bis da hinten dieser Knochen kommt und dann mit so einem Hammer durch diesen Knochen durch. Ist ja noch viel schlimmer. Ja. Und, ach Gott, ich weiß nicht, man kann sich das gar nicht… Er hatte ja auch einen schönen Slogan, ja. Und ich verstehe komplett, warum das Thema durch die Decke gegangen ist. Der Slogan war, Loponomie bringt eure Verwandten nach Hause. Also der hat die komplizierten, schreienden, verzweifelten, schlimmen Leute aus den Psychiatrien, wo es auch schlimm war und voll und laut und arg, er hat die in einen Zustand versetzt, wo man sie zu Hause pflegen konnte. Weil er keinen Mucksack mehr von sich gegeben hat. Was, was mich jetzt nur bei der Aufzählung von ihm gefragt hat, wenn er sagt, der bringt die alle in so einen vegetative State. Welcher davon war es denn jetzt? New Jersey, Pennsylvania, South Dakota, South Dakota. Wo sind die ganzen Rentner in Florida? Und also die Zahlen sprechen auch für Freeman, also die Zahlen, die er veröffentlicht. Und die sprechen von einer Erfolgsquote von 63 Prozent. Ich empfehle da auch sehr gerne die Serie Bojack Horseman, wo da ein Strang der Handlung damit dann irgendwie das Ganze tangiert. Und aber auch den guten alten Klassiker, einer flog übers Kuckucksnest. Den habe ich ganz am Ende natürlich auch noch. Das ist der Film. Völlig andere Zeit, aber… Nein, das ist der Film zum Thema Lobotomie. Lobotomie. Den man so dann angucken muss, um sich aufs Thema ein bisschen einzugrooven. Also nochmal kurz seine Zahlen, die er natürlich selber erhebt. Und er erhebt die in der Form, dass er seine Patienten, wenn überhaupt, wenige Tage nach der Operation besucht. Da sind manche noch nicht mehr aus der Narkose wieder erwacht. Also Narkose heißt Elektroschocks, bis die teilweise ins Koma fallen für einen kurzen oder vielleicht manchmal nicht ganz so kurzen Zeitraum. Und also die sind manchmal überhaupt noch nicht ansprechbar. Und dann sagt er, oh ja, blieb gut, alles klar, tschüss. Er verbucht also fast alles als Erfolg, außer vielleicht, wenn ihm direkt unter der Nase jemand wegstirbt. Was ja durchaus auch mal vorkam. Und wie viel Prozent waren Erfolg? 63. Naja, es gibt ja dann, der Rest teilt sich ja in Misserfolg und keine Veränderung, mehr oder weniger. Wie oft nimmt denn das Auge Schaden? Weil das ist tatsächlich was, ich habe es ja, wie gesagt, falsch im Kopf gehabt, dass er durch die Nase geht. Und durch die Nase denke ich mir halt, ja gut, da ist jetzt das höchste Gefühl, dass halt vielleicht der Geruchssinn etwas beeinträchtigt wird. Aber das Auge ist ja doch recht empfindlich. Also es kommt jetzt gerade so, als wenn es ja gar kein Problem wäre am Auge vorbei. Ich greife mal kurz ein bisschen vor. Ich glaube, ich habe von keinem Fall gelesen, wo das Auge Schaden genommen hätte. Ich glaube, das ist aber einfach schon egal. Ja, nein, 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 weil du einfach, du gehst ja am Sehner vorbei. Der Augapfel, den schiebst du mehr oder weniger ein bisschen zur Seite und dann gehst du neben dem Sehnerv nach hinten. Okay, das geht so ohne Beitriff. Du kannst ja tatsächlich, also es gibt ja Fälle, wo tatsächlich, also Comic hin und her oder wo du den Augapfel aus der Augenhöhle rauskriegst. Also ich möchte jetzt nicht euch besonders ekeln, aber ich hatte, mein Auge war schon mal einige Millimeter in dem Sockel verrutscht nach so einem Motorradunfall. Und das konnte man dann auch wieder irgendwie zurückschieben und keine Ahnung, das war eigentlich alles gar nicht so dramatisch. Das ist wie so Autoradio, da ist hinten das Kabel länger, als man eigentlich braucht. Ja, das Kabel ist immer zu kurz, ja, deswegen fällt es auch nicht raus. Aber genau, wenn wir dann mal irgendwie rumschieben, das geht dann schon. Was passiert ist, dass die Leute dann immer irgendwie so blutunterlaufene Augen haben und sogar so ganz schwarze Augen für eine ganze Weile. Und deswegen ist es eigentlich immer so, statt die irgendwie mit Medikamenten oder irgendwas, wie man die normalerweise aus dem Krankenhaus nach Hause schickt, schickt er die dann halt mit Sonnenbrillen. Ja, aber man schaut ja auch echt gruselig aus, wenn man irgendwas in den Augen gemacht bekommen hat. Ich hatte auch mal eine Augen-OP, danach sind die Augen schon deutlich rot unterlaufen und es schaut einfach für die Umwelt sehr gruselig aus. Also die Roadshow, die der Typ hier abzieht, die ist wirklich der Hammer. Er reist rum und zieht da wirklich ein Spektakel sondergleichen ab. Kommen Sie, treten Sie näher, lobotonieren Sie Ihre Verwandten. Er ist einerseits ein Showman und andererseits auch ein sauguter Vermarkter. Manchmal bedient er zwei Eispickel gleichzeitig. So, müsst ihr euch so. Ein bisschen fahrlässig so insgesamt. Ja, und am liebsten vor Publikum und Journalisten. Einmal sogar mit einem gebrochenen Arm. Er ist in der Live, er ist in der Time, er ist in der Newsweek, er ist im Reader's Digest. Er ist ein medizinischer Rockstar und er hat immer Autogrammkarten in der Tasche. Nein, Autogrammkarten. Abgefahren. Mit bis zu 25 Operationen am Tag verdient Freeman sich den Spitznamen von seiner Tochter, der Henry Ford der Chirurgie. Und ganz nebenbei, und das ist eigentlich das Verheerendste dabei, schulte er auch noch die lokal niedergelassenen Ärzte auf seinen Tour. Also das ist dann wie so der Virus-Effekt, ja. Der Patient Null, sagt man immer. Gefährliches Halbwissen. Hat er auch seine Standards mit der Zeit auch ordentlich schleifen lassen, gell? Wie seine Standards? Naja, das hat er nicht von Anfang an gemacht. Seine Ansprüche, meinst du sozusagen. Ja, nee, am Anfang hat er ja noch relativ hohe Qualitätsstandards, dass irgendwie der Pickel irgendwie gekühlt sein muss und mit einer Hand. Hat er ja? Also das habe ich so im Gedächtnis zumindest, ja. Naja, er... Oh Gott, was hat das für ein Geräusch? Der Philipp hat hier gerade eineinhalb Liter Schwirpschraub auf Ex ausgetrunken und die Plastikflasche ist zurückgeschubbt. Also auch da habe ich jetzt keinen Beleg dafür gelesen. Er hat natürlich am Anfang, wo er sich in seiner Methode, wo er noch nicht so firm in seiner Methode war, hat er das natürlich mit gewisser Sorgfalt gemacht. Er hatte aber eigentlich auf seiner Tour immer einen Fotoapparat in der Tasche und hat, also es war so sein Ding, während der Prozedur fotografiert. Ich glaube, ich greife jetzt auch kurz vor, aber ich erzähle es jetzt einfach. Es gab diesen einen Fall, wo er den Eispickel schon durch die Augenhöhle, also mit dem Hammer, da war er schon, mit dem Part war er schon durch. Und bevor er dann den Stocher-Part angegangen hat, hat er den stecken lassen, um ein Foto zu machen. Und dabei ist der Eispickel dann in den Kopf gerutscht und der Patient ist verstorben. Und solche Dinge sind ihm halt, hoppala, ich sage jetzt mal häufiger passiert, so in der Art, ja. Aber er konnte ja keine Lizenz verlieren, weil er keine hatte. Genau. Und ja, vielleicht war das seiner Meinung nach immer noch eine Verbesserung des Zustands, ich weiß es nicht. Dadurch, dass er halt mit seinem Lobotomier-Mobil durch die Gegend gefahren ist, ist halt Word of Mouth auch nicht so schnell vorangegangen. Heutzutage mit dem Internet hätte er halt sehr schnell ein paar Ein-Sterne-Rezensionen gehabt. Ja, aber vielleicht auch jede Menge Fünf-Sterne. Auf Jameda. Ich habe, bloß um deine Sterne noch aufzugreifen, ich fand es schön, ich habe mir nach so einer Heizmöglichkeit angeguckt, wie man warme Füße kriegt. Und eines davon war so eine Decke oder so eine Bodenplatte, die legst du hin und die beheizt sich dann. Da habe ich mir geguckt, wie ist die so bewertet. Und der eine hat Fünf-Sterne gegeben und drunter der Kommentar war, oder die Beschreibung der Rezession, was soll ich da noch was schreiben? Ich weigere mich, eine Rezession für so etwas abzugeben, Punkt. Das ist doch klar, was das macht, Punkt. Fünf-Sterne. Ich finde auch super, finde ich immer die Antworten auf die Fragen. Weil da steht dann immer so, kann ich mit diesem Ding auch das und jenes machen? Nein, das weiß doch ich nicht. Was ich auch schön finde, ich bin mir nicht sicher, wo es das überhaupt gibt, aber bei Kotaku gibt es auf jeden Fall. Game Reviews as told by Steam Reviews. Kennt ihr das? Wo sie dann einfach zu einem Spiel die besten Steam Reviews rausbringen, die echt manchmal hilarious sind. Oh, supergut. Keine Ahnung, du siehst ja immer die Stunden-Counter zum Beispiel. Also das ist jetzt kein quasi ausgeprägtes, witziges Textlein. Nein, aber wenn einer irgendwie 5000 Stunden zu Railroad-Tycoon hat und so, ja, passt schon. Ja, dann hat er auch keine Zeit, Rezensionen zu schreiben, ist doch klar. Also, unser lieber Freeman, er hat immer einen Fotoapparat in der Tasche, außerdem ein mobiles Elektroschock-Gerät. Man weiß ja nie. Irgendwann fällt dem, glaube ich, auch irgendwie so der Schalter so ein bisschen ab und er kann nicht mehr kontrollieren, was er da eigentlich einstellt an Spannung und wie lang und so. Ach, du liebe Zeit. Und er macht das dann ein wenig so nach Gefühl, weil er ist irgendwann so souverän in seiner... Ich finde, ciao. Genau. Er hat auch immer sein Operationsbesteck in der Jackentasche, also er ist quasi immer und jederzeit bereit, er führt die in seinem Lobotomobil durch, in Büros, in Schulen, bei Ärzten, überall. Der, ich habe Zivildienst gemacht in der Kinderklinik in Erlangen und was gemeinhin passiert, gerade bei Privatpatienten, ist, dass sie halt den Oberarzt haben wollen. Natürlich. Ja, oder noch besser, den Professor. Aber da würde ich gar nicht so drauf tippen, dass der immer nur der Beste ist, der operieren kann. Und dann hast du dir einen Kittel angezogen und bist reingegangen? Nein, 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 tatsächlich. Schade. Also, ein Professor zeichnet sich jetzt a, nicht gerade dazu aus, wenn er gerade die 70 erreicht hat, dass er noch auf der Höhe der Zeit ist oftmals. Und b, dass er die ruhigste Hand hat. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich dabei war, wie Rückenmarktsflüssigkeit entnommen wurde von einem offensichtlich tattrigen alten Mann. Und ich mir gedacht habe, holy moly, also ich konnte das als Zivildienstleister schon beurteilen, dass ich in 100 Jahren lieber den frisch Studierten, der auf dem neuesten Stand ist, der super penibel ist, alles desinfiziert, Handschuhe anhat und sonst wie, als dass der Professor halt vom Rang her das macht. Und das ist, glaube ich, hier auch ein bisschen so der Fall. Bei eines der, da würde ich dir jetzt nicht immer hundertprozentig übereinstimmen, denn ich hatte das gegenteilige Erlebnis, und zwar, ich lag für eine Mandel-OP, so haben sie mich Richtung OP-Raum geschoben, und dann kriegt man ja so einen Piekser in die Hand, also so einen Zugang in der Hand, wo man dann irgendwie Narkosemittel reinkriegt und so Kram. Und da kam eine junge Dame auf mich zu und meinte, ja, hallo, ihr Name ist XY, sie macht hier so ihr erstes, wie heißt das dann, so ein medizinisches Praktikum, weil die brauchen die halt fürs Studium, ob sie mir diesen Zugang legen darf. Und ich so, naja, Spritzen sind jetzt nicht so meins, aber ja gut, darf sie. Nimmt meine Hand, rasiert die Hand einseitig, piekst rein und knörrt so richtig, so sekundlang, Achtung, jetzt wird es ein bisschen weh für Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht vertragen, vielleicht es gibt ein bisschen. Knörrt ja drin und ich saß da und gesagt, ja, du, 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 du nicht, nicht, aber wenn ich jetzt laut bin, die tut mir ja auch leid, ich will das ja auch nicht. Irgendwann zieht es raus, das war jetzt nichts, ich probiere es nochmal. Knörrt nochmal los. Er zieht es irgendwann wieder raus, nimmt meine andere Hand in die Hand, rasiert diese, weil die Hand einfach schon so zerstochen war. und guckt dann ihre Nadel an, die schon völlig verbogen war. Und in dem Moment kommt der Arzt vorbei, schaut sich das Ganze an und meint so, jetzt geben Sie mal her, nehmen Sie mal her, nehmen Sie mal die neue Nadel. Und jetzt gucken Sie einmal her, sticht so mega schnell ganz kurz rein, nichts gemerkt davon. Und ab so, machen Sie es ab sofort immer nicht. Und ich so, ja. Und trotzdem im ganzen Gepiekset hat mir die Frau immer noch leise. Weil ich mir gedacht habe, irgendwo musst du mal deinen ersten blöden Zugang legen. Das tut mir jetzt fast wein leid, weil ich penke gedanklich immer noch an dem, was Dominik gerade erzählt hat. Ich stelle mir gerade die Kinder in der Kinderklinik vor, die privat versichert sind und nach dem Oberarzt verlangen. Ich weiß genau, was ich meine. Als seine letzte Opferin starb, wurde Freeman endlich verboten, diese Präzedur durchzuführen. Das letzte Opfer aber, das war das dritte Lobotomie von Freeman, die sie endlich umbrachte. Und ich glaube, das Traurigste an dieser ganzen Sache ist, dass bis zu 40 Prozent von allen Opfern gar keine psychischen Probleme hatten, sondern nur schwul waren. Diese komplett gesunde Menschen wurden dann lebenslänglich künstlich behindert. Und was hielten Freeman und Watts von ihrem wandernden Zirkus? Ein Drittel waren ein Erfolg, Freeman nach, wo die Patienten ein produktives Leben in Anführungsstriche führen könnten. Das glaubt keiner eigentlich, außer die beiden. Und ein Drittel konnten wieder nach Hause, aber konnten sich nicht mehr um sich selbst kümmern. Und nur ein Drittel waren Failures. Außerdem mussten Patienten wieder lernen, wie man Essen gehen teilweise und die Toilette benutzen musste. Mussten sie alles wieder von neu lernen. 15 Prozent starben einfach direkt von der Prozedur oder irgendwelche Infektionen später. Ein Patient starb in Iowa, in der Cherokee Mental Health Institute. Als Freeman eine kleine Pause machen, um für ein Foto stillzustehen während dem Eingriff. Der Eispeckel rutschte aus Versehen ein bisschen zu tief ins Hirn. Freeman trug weder Handschuhe noch eine Maske während dieser Eingriffe. Und er lobotomisierte 19 Jugendliche inklusive ein vierjähriges Kind. Es heilte, laut Freeman in einem Interview 1979, es heilte die Ideen über Selbstmord, aber es ist unklar, wer der Mensch nach der Lobotomie sein wird. Andere Nebenwirkungen sind zum Beispiel Seizure, also so einen Anfall, Inkontinenz, emotionale Ausbrüche und ab und zu Tod. What an asshole. Ja, sorry Travis, dass ich dir jetzt die Anekdote schon verfaut habe. Ja, 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 aber so viele Leute tatsächlich keine. Ja, ja, das ist ja das Schlimme dran. Also ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen dazu gefunden, aber ich schätze mal auch in neun von zehn Fällen wurde da niemand um, also nicht um seine, nicht mal nicht um die Einwilligung gefragt, sondern noch nicht mal aufgeklärt, was da passiert. Was für ein Megawichser lassen denn eine Vierjährigen was durchführen? Ich habe auch noch ein paar weitere Nebenwirkungen, die sich Freeman über die Zeit notiert hat. Der hat sehr viele Aufzeichnungen gemacht, deswegen weiß man eigentlich auch relativ viel über das, was da so gelaufen ist. Der hat noch aufgeschrieben, erhöhte Temperatur, Übelkeit, Blasenfehlfunktion, Durchfall, Sehstörungen, Apathie. Ah doch, da hast du Sehstörungen, schau. Störungen des Zeit- und Ortsgefühls. Ist aber eher die Frage, ob die durch die Verletzung im Hirn kommt oder durchs Auge. Wahrscheinlich schon. Aber spannend auch, Kleptomanie, abnormaler Hunger, Gesichtsstarre und so weiter. Kleptomanie finde ich eine spannende Nebenwirkung. Aber immerhin haben die Patienten schöne Erinnerungsfotos. I got lobotomized and all I got was is lousy T-Shirt. Was ist das lousy Foto? Lasse uns drucken. Oh Mann. Also Travis hat gerade ja schon die letzte Operation angesprochen. Es war die zweite innerhalb von einem Tag, also die er durchgeführt hat und die dritte für die Patientin, also für ein und dieselbe Person dreimal auf diese Weise behandelt. Sie fand 1967 und damit fünf Jahre vor seinem Tod statt. Freeman hat niemals etwas bereut. Also der hat das auch nicht eingesehen. Also der hat gedacht, er ist jetzt so ein Stück weit der Erlöse, der Erretter der Menschheit oder bringt der Menschheit etwas gut? Der hat auch immer für die Aufmerksamkeit und für dieses Verfahren gekämpft, lange noch, nachdem er aufgehört hat zu praktizieren. Aber also nur, dass das nochmal Fazit gezogen wird, er ist auch nicht ins Gefängnis gegangen oder dergleichen, sondern er wurde lediglich halt quasi gezwungen aufzuhören. Nein, weiter über los immer 2000. Ja, aber es ist tatsächlich bemerkenswert zu bemerken, ja. Es ist halt auch die Frage, wer ist denn der Fürsprecher in der damaligen Zeit für richtig psychisch Kranke? Kann er. Das, naja. Naja, die Familie hat im Zweifelsfall, und die haben das ja dann eingefädelt. Naja. Und da das ja auch keine richtige Operation war, war das sicherlich auch nicht so schwierig, da irgendwie Papierkram und Einwilligung oder irgendwas, da brauchst du wahrscheinlich keine großen Genehmigungen. Das war halt so wie Impfen, ja. Ja, aber das ist ja auch ein Stück weit das Schlimme daran, an dieser Sache, dass es eben als so leichte Sache nebenher fast schon verkauft worden ist. Wie du sagst, so Zahnsteine entfernen, professionelle Zahnreitungen, ach, kann man mal machen. Ich finde eh das, ich hatte ziemlich gute Vergleiche heute. So, jetzt wollte unser lieber Podcast-Nik unbedingt noch etwas über eine Frau erzählen, die so ganz und gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber jetzt hört einfach selbst. Präsident Jack Kennedy hatte mehr als einen Skelett im Schrank, wie wir sagen. Nicht jetzt, dass er was mit Marilyn Monroe hatte oder dass der Leader of the Free World auf einem Drogencocktail von Dr. Feelgood, Dr. Jacobson war, der auch solche wie Judy Garland, Liza Minnelli, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor versorgte oder seine Connections mit der Chicago Mafia. Nein. Noch was ganz Dunkles hatte JFK immer im Unterbewusstsein und Hinterkopf. Seine Schwester Rosemary Kennedy. Geboren 1918 und lebte bis 2005. Also gut, ich meine, vielleicht habe ich auch geflungert, ja. Aber Philipp, du weißt es schon, glaube ich. Ja, ich habe mir die Klappe. Verraten wir noch nicht zu viel. Kennst du Rosemary Kennedy? Nein. Dann hören wir mal weiter. Bei der Geburt von Rosie war der Arzt nicht sofort zu haben. Und so befohl eine Krankenschwester die Mutter, dass sie ihre Beine zusammenhalten soll, bis der Arzt kommt. Für zwei Stunden. Und das verursachte einen schweren Mangel an Sauerstoff für die kleine Rosie. Die Eltern, Joseph Kennedy und Rose Fitzgerald, bemerkten bald, dass sie nicht so schnell wie die anderen Kleinkinder essen oder aufstehen und krabbeln lernte. Zweimal kam sie nicht auf den Kindergarten. Mit 15 wurde sie leise in ein Kloster in Rhode Island gelassen, wo sie getrennt von zwei Nonnen und einer Lehrerin unterrichtet wurde. Die Kennedys gaben der Schule einen neuen Tennis Court. Angeblich las sie wie eine Viertklässlerin. Laut den Tests und der Schule hatte sie einen IQ zwischen 60 und 70. Aber außerhalb der engsten Familie wussten das nicht mal Verwandte. Sie las nicht sehr oft, hatte aber zum Beispiel Winnie the Pooh gelesen. Doch hat Rosemary es irgendwie geschafft, einen Abschluss von Massachusetts' zweijährige Community College zu bekommen. Ihr Bruder Jack, der spätere Präsident der Vereinigten Staaten. Jack ist ein Spitzname von John. Also wir reden schon über John Fitzgerald Kennedy, right? Jack. Präsident Jack. Jack begleitete sie zu einem Tea-Tanz und sorgte dafür, dass sie in keiner Weise auffällt. Sie traf President Roosevelt. Sie traf die Queen und übte für Stunden, wie man, äh, Curtsys, ein Knicks macht. Das ist auf Englisch Curtsy. Sie war eine sehr schöne Frau mit einem wundervollen Lächeln. So viele Zeugen, die sie als 20-Jährige so kannten. Kanntet ihr Rosemary Kennedy schon? Das kann doch nicht gut enden, wenn sie in der gleichen Folge wie Walter Freeman ist, oder? Ja, okay. Ich habe ziemlich sicher, habe ich geflunkert. Und warum er jetzt den Namen so genau erklärt hat, war, weil ich es einfach vorher nicht gecheckt habe und ihn nachgefragt habe und ihn nachgefragt habe, hä, reden wir vom gleichen Kennedy, John, Jack? Deswegen hat er da ein bisschen drauf umgerissen. Ich finde es so interessant, dass tatsächlich Jack ein Spitzname für John ist. Ich hätte gedacht, Jack käme vielleicht von Jacob. Ja, wusste ich auch nicht. Das ist halt, ich meine, wir sprechen von den 60er-Jahren, 50er-Jahren. Ich meine, die Schwester sagt halt, sie soll die Beine geschlossen halten. Das ist halt so ein typischer Fall von, das hat die damals auch nicht böse gemeint. Nee, nee. Die wussten es halt nicht besser. Genau, die wussten es halt auch besser. Rosie wurde jedes Jahr ein bisschen lauter, sturer, rebelliös, so die Quellen, hatte manchmal aggressive so Schwingungen. Sie fing an, aus der Schule zu schleichen, während auf einer Klosterschule in Washington und für die Kennedys, vor allem für Joseph, der Vater, geht sowas gar nicht. Kennedys hatten schon dann einen sehr adeligen Ruf, die alten Prohibitionszeiten vergessen, aber das Geld eben behalten. Und 1941 entschloss er sich, dass seine Tochter lobotomisiert werden soll. Und so, ohne dass die Mutter was wusste, wurde Rosie an einem Tisch gebunden im Wingdeal Psychological Ward and Corrections Facility, also ein Gefängnis. Und Watts und Freeman kamen ins Zimmer. Ihr könntet euch jetzt denken, was passiert. Aber ich sag es euch trotzdem. Laut Freemans Notizen, wir gingen durch den Schädel von oben. Ich denke, sie war wach. Sie hatte einen milden Tranquilizer, also das sagt man heute nur mit Tieren, ein Betäubungsmittel. Ich machte einen chirurgischen Schnitt in das Gehirn durch den Schädel. Es war nahe vorn, auf beiden Seiten. Eine kleine Inzision, nicht länger als ein Zoll. Das Instrument, das Dr. Watts benutzte, sah wie ein Buttermesser aus. Er schwang es hoch und runter, um den Brain Tissue zu schneiden. Um die Gehirnmasse zu schneiden. Watts sagte, wir stecken ein Instrument rein. Als Watts Schnitt fragte Freeman Rosemary ein paar Fragen. Zum Beispiel, kann sie noch das Vaterunser sagen? Oder God Bless America singen? Oder rückwärts zählen? Wir schätzen, wie weit zu schneiden laut ihrer Antworten. Als sie anfing, unverständlich zu sein, hörten wir auf. Der chirurgische Eingriff war nicht erfolgreich. Rosie hatte jetzt das geistliche Verständnis eines Zweijährigen. Sie konnte weder gehen noch reden und war inkontinent. Ich meine ja, die Kennedys. Die Kennedys. Die Kennedys. Also da kannst du dir denken, was Hintz und Kunz damals gemacht haben für 25 Dollar. Ich finde ja diesen Eingriff ja auch echt krass. Denn das mit diesem, ob sie sich erinnern kann, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja auch so, dass man geprüft hat an den Leuten, während dieser Eingriff erfolgt ist, oh, haben wir jetzt das Areal schon gut erwischt, indem man ihnen Reime vorsagen lässt und sobald so das Gedicht plötzlich stockt und nicht mehr klappt, dann hat man wohl genug Hirn kaputt gemacht an der Stelle, sodass es erfolgreich war. Ja, aber das ist so, das ist so wie wenn du rückwärts einparkst, ja, und du fährst und du fährst und du fährst, bis es knallt. Es war halt dann zu weit, so. Es war halt dann einfach schon, okay, gut. Genau, und dann weißt du aber, du bist weit genug zurückgefahren. Ein bisschen zu weit, aber dann bist du jedenfalls genau genug. Ich habe ja tendenziell überlegt, ob ich meinen Kopf mal wieder auf die Tischplatte knallen lassen sollte. Also, Freeman hat seine Patienten nicht immer nur fotografiert, er hat auch zu jeder Untersuchung und jeder Operation wahnsinnig viele Notizen gemacht und deshalb sind solche Fälle wie der von Rosie heute auch sehr gut dokumentiert. Sie war wohl noch zu einer Zeit unter Messer, wo es wirklich noch mit dem Messer gemacht wurde, hat man ja schon, dass es später dann mit diesem Draht deutlich, naja, und dem Eiswickelchen deutlich einfacher wurde. Das war 1941 und sie lebte bis 2005. 1949 wurde sie nach Jefferson in Wisconsin gebracht, wo sie, bis sie starb, lebte. Die Kennedys bauten dort ein privates Haus für sie innerhalb eines Instituts. Sie töpferte dreimal die Woche, sie hatte einen Hund und lernte schließlich Autofahren und fuhr ihr Hund rum in ihr eigenes Auto. Die Mutter besuchte sie 20 Jahre lang nicht. Joseph Kennedy besuchte sie nie in Wisconsin. Während JFKs Wahlkampagne 1958 sagten sie, Rosie sei verreist oder dass sie eine Reclusive war, also allein leben wollte, vielleicht sogar eine Nonne. 1961, als Kennedy Präsident wurde, Kennedy war ja der erste katholische Präsident, das wisst ihr schon, I don't know, anyways. 1961, als Kennedy Präsident wurde, klärten sie die Öffentlichkeit auf, dass nicht wegen der Lobotomie, sondern sagten der Presse, dass Rosie, also mentally retarded, das ist ein politisch inkorrekter Begriff für geistlich behindert, was, glaube ich, auch politisch inkorrekt ist, right? Für Eunice Kennedy Shiver, das ist die Schwester, sie gründete später eben die Special Olympics. Das war die Schwester von Kennedy, von Rosemary Kennedy. Und sie starb im Alter von 86 mit ihrer Schwester Jean und Eunice und Patricia und Bruder Ted bei ihrer Seite. Und sie wurde in Brookline, Massachusetts begraben. Wikipedia deutet noch auf der Tatsache darauf hin, dass sie war das erste Kind von Joseph und Rose Kennedy, die eines natürlichen Todes starb. Also ihre Brüder Jack, der Präsident, und Bobby, der ein, also Robert Kennedy, der Senator war, wurden ja in einem, also zwei verschiedene Attentate ermordet. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was schlimmer ist. Ermordet werden oder Messer ins Stirnhirn. Aber Dominik, das ist eine Frage für dich, oder? Das ist eine Dominik-Frage. Ja, tatsächlich ist das eine Dominik-Frage. Was würdest du essen, wenn du nur noch ein einziges Essen essen würdest, bis zum Rest deines Lebens? Also, erschossen werden oder Messer ins Hirn? Erschossen werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Oh, Philipp nicht. Kommt davon, wie viel kaputt ist und wie man sich dabei fühlt, wenn du halt dann die ganze Zeit irgendwie alles happy für dich bist. Ich glaube, das haben wir jetzt schon erörtert, dass du das nicht vorhersagen kannst. Mit dem Risiko musst du leben. Der Schuss könnte ja auch daneben gehen beim Attentat. Und dann Blutus-Tücher-Mellig. Oder war das nicht auch ein Präsident, der angeschossen worden ist und dann hat man ewig die Kugel gesucht und ewig in ihm rumgebohrt, um dann irgendwann festzustellen, nach x-mal immer wieder in den Körper reinlangen, oh, das, was wir hier detektieren an dem Körper, das ist gar nicht die Kugel, die noch drin ist, sondern das sind die Feder, die Kernfedern von dem Sofa, auf dem er liegt, auf dem wir die ganze Prozedur durchführen. Das klingt absolut spektakulär. Der ist jämmerlich verblutet oder jämmerlich verreckt. Ich meine, du hast jetzt gesagt, oder Travis hat gesagt, dass die Mutter 20 Jahre lang sie nicht besucht hat. Tendenziell klingt das natürlich aus dem Kontext gerissen sehr, sehr stiefmütterlich. Aber man muss ja im Gedächtnis behalten, dass die Mutter nicht gefragt wurde vorher. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so sehr ihre Böswilligkeit war, sondern halt vielleicht auch einfach Groll dem Vater gegenüber und halt diese pure Verzweiflung. Aber was kann dann die Tochter dafür? Das muss man halt, glaube ich, echt mal verkraften. Ich glaube, es ist so, ich halte es nicht aus, die so zu sehen. Ja, genau. Es ist, glaube ich, halt einfach mal auf den Stand einer Zweijährigen zurückgespult wurde. Aber ich meine, sie haben dann irgendwie Tennisplätze für irgendwelche Einrichtungen gebaut. Sie haben ihr ein Haus gebaut und so weiter und so weiter. Ich verstehe nicht, warum sie ihr nicht einfach Betreuung an die Seite gestellt haben und dann halt irgendwie so eine 25-Dollar-Operation mit ungewissem Ausgang stattdessen. Das ist das, was ich halt nicht verstehe. Ja, es wirkt halt für mich ein bisschen so wie ein, wir räumen die jetzt auf, damit man sie... Dass sie keine Schande macht. Genau, genau. Naja, also ich habe hier noch einen letzten kurzen Gruß von Travis. Ich glaube, Jürgen hat mich die schlechtesten Sachen sagen lassen, right? Is this what happened? God damn it. Trotzdem, fellas, hat mich gefreut. Have a nice day. Dankeschön, Travis. Also vielen lieben Dank, Travis. Gerne bei nächster Gelegenheit wieder in live, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Ja. 1954 kommt das Neuroleptikum Thorazin auf den Markt. Das ist ein Medikament, das mit dem Claim wirbt, chemische Lobotomie. Und eigentlich auch in der Art funktioniert. Also der Effekt des Medikaments, dass innerhalb von zwei Jahren, nee, innerhalb von einem Jahr an zwei Millionen Menschen ausprobiert wird. Wow! Die Patienten werden so gedämpft, dass man sie ohne Halluzinationen oder Wahnvorstellungen nach Hause schicken kann. Also eigentlich das, was man mit der Lobotomie in einem okayen Fall erreichen wollte, im Bestfall geht es denen einfach gut. Ist non-destruktiv. Genau. Im Fall okay sind die zumindest ruhig. Und das kann man jetzt medikamentös machen. Und das ist natürlich viel einfacher. Aber andersrum gefragt, gibst du das einmal, das zerstört was und dann ist es wieder gut. Oder ist es was, wo du einen gewissen Pegel hochfährst im Körper, dass die Person so ist und wenn du es wieder absetzt, bist du wieder wie vorher. Genau, du kannst es wieder absetzen. Das ist dann schon der wahnsinnige Vorteil. Also den Leuten selber ist nicht wirklich geholfen, aber wenigstens muss man keine Köpfe mehr aufschneiden. Naja. Und wenigstens zerstörst du nichts nachhaltig. Ja. Es dauert jetzt allerdings noch etliche Jahre, bis auch das letzte Krankenhaus Freeman nicht mehr an die Patienten ranlässt. Das ist jetzt wiederum Pech für Howard Dulley. Howard August Dulley wurde am 30. November 1948 in Oakland geboren. Er ist das älteste von drei Kindern, wobei der jüngste Bruder in einer ziemlich schweren Geburt mit einer ziemlich krassen Behinderung zur Welt kommt und auch zwei Wochen nach dieser Geburt stirbt dann die Mutter. Also die hatte vorher schon Krebs und die Geburt hat ihr so ein bisschen den Rest gegeben. Und jetzt steht der Vater mit den drei Jungs da, eins davon behindert und der Vater wird dann krank und kann seinen Job als Holzfelder nicht mehr ausführen, muss dann irgendwie auf Lehrer umschulen und ein schweres Los. Er hört es Holzfelder und ihm geht es gut, am Tag packt ihn die Arbeitswut. He is a Lumberjacken, he is okay. Jetzt habe ich den Faden kurz. Muss auf Lehrer umschulen. Ja, ja, also genau. Er geht ja wieder auf die Schule quasi und jetzt ist natürlich schwierig. Die Baumschule. Jetzt, jetzt fangt ihr an. Sonst macht ihr das immer am Anfang, der Folge. Und er kann das Haus dann jetzt auch nicht mehr halten und muss in ein Einzimmerapartment umziehen mit seinen Jungs. Die Lage ist ziemlich krass. Der Kleine kommt dann auch recht schnell in ein Heim und die behalten sich halt so gerade so über Wasser. Die Familie der Frau ist auch irgendwie, sie versucht dann irgendwie ihm die Kinder wegzunehmen und die sind auch nicht so richtig kooperativ. Und er findet dann eine neue Frau irgendwann, die die Situation augenscheinlich erst mal verbessert. Also sie ziehen um in ein ziemlich feines Viertel, in ein kleines Häuschen, denn die neue hat reich geschieden. Aber sie terrorisiert auch die Kinder so ein bisschen. Sie bringt selber auch noch zwei Jungs mit in die Beziehung und ganz besonders hat sie es auf Howard irgendwie abgesehen. Der bekommt laufende Ärger dafür, dass er zu spät aus der Schule kommt, dafür, dass er klaut, dafür, dass er seine Brüder und den Hund ärgert für dies und das. Und vom Vater bekommt er Dresche. Also ich meine, er ist jetzt sicherlich kein Engelchen. Ich wollte gerade sagen, das Argument, dass er klaut, klingt aber auch einfach nicht ganz so nach einer Sache, die man tun sollte. Naja, also das Erste, was er so immer klaut, ist was zu essen. Also er kriegt tatsächlich Ärger, wenn er sich ungefragt zu Hause am Essen bedient. Mitunter. Ein Heimklauen. Nein, er klaut dann schon auch woanders, aber es fängt so mit Süßigkeiten und Essen an. Ah, verstehe. Und er ist sicherlich auch aus der Situation zu Hause so ein bisschen geboren. Lou ist jetzt auch so eine, die es zu Hause ganz sauber haben muss. Also ganz penibel, was mit vier Jungs im Haus auch nicht so ganz einfach ist. Und es geht so weit, dass sie den Jungs die Hosen runterzieht, um die Pofalte zu kontrollieren. Und bei Bedarf halt auch mit dem Lappen dann mal nachwischt. In der Öffentlichkeit. Überall, glaube ich, ja. Und das ist was, was bei Howard, der ist sieben in der Zeit, auch so ein kleines Trauma hinterlässt. Aber ich wollte gerade sagen, das klingt aber schon wirklich sehr nach Kontrollzwängen. Also es ist nicht einfach für ihn. Er ist groß, er ist schlagsig und er ist auch nicht besonders an der Schule interessiert. Und demnach ist ihm auch oft langweilig. Er wird auch Chirurg. Eigentlich immer, wenn ihm langweilig ist. Das wäre jetzt eine coole Entwicklung. Kein Bock auf Schule, kein Bock zu lernen. Ich wäre Chirurg. Ich kaufe mir zwei Eispickel und dann geht es los. Der Junge wird zahannat. Immer wenn er gelangweilt ist, stellt er was Dummes an und gerät in irgendwelche Schwierigkeiten. Also ich habe es schon gesagt, das hat oft mit Essen zu tun, weil er dauernd Hunger hat. Und Lou kommt aber jetzt mit der Situation nicht klar. Der Howard träumt, er gehorcht nicht, er macht Unfug und sie selbst schult irgendwann auch nochmal beruflich um, macht eine medizinische Weiterbildung. Und da kommt sie jetzt zu dem Schluss, der kleine Dully, der hat was am Kopf. Das kann gar nicht anders sein. Im Sommer 1960 besucht Lou insgesamt sechs Psychologen, die allesamt zu dem Schluss kommen, dass mit dem Jungen alles okay ist, aber dass die Stiefmama ja vielleicht die eine oder andere Tasse zu wenig im Schrank hat. Ich bin gerade gespannt, ob sie jetzt eine Fortbildung macht und den Jungen lobotomiert oder wie das Ganze vielleicht noch einen Twist nimmt und sie lobotomiert wird. Oder vielleicht ein ganz anderes Verfahren passiert. Oder so eine, ja so gegenseitig oder... Ja, jetzt erstmal ist sie natürlich ziemlich unzufrieden mit den Antworten der Psychologen. Also geht sie dann halt jeweils weiter zum nächsten. Erinnert sich noch an den Anfang der Folge, als sie gemeint haben, wie er dann die Megaspang aufbaut und dann hat sie nichts getan. Ja, das wäre jetzt ein geiler Schluss. Nee, dann kommt es, dass der... Die versöhnen sich beide und reiten den Sonnenuntergang. Dass der landesweit bekannte Lobotomisator Dr. Freeman zufällig gerade so in die Nachbarschaft zieht. Der ist schon längst auf dem absteigenden Ast. Die letzte Klinik, die ihn überhaupt noch irgendwas tun lässt, ist halt zufällig in dem Viertel, in dem... Was für ein Glück. Ja, und stell dir mal vor, du hättest den so in der Nachbarschaft und, oh, die Nachbarn ziehen ein. Ah, ich habe Brot und Salz. Ah, ich habe hier ein Bier aus der Region. Hier, ich habe eine Freilobotomie. Wollen Sie sie gleich haben? Ich habe ganz viel Crush-Eis. Apropos Eispickel. Ich kenne da so einen Party-Trick. Wollt ihr mal sehen? Wollt ihr mal sehen? Ich brauche mal kurz einen Freiwilligen. Crush-Brain. Crush-Brain. In vier Terminen mit Lu, einigen weiteren noch mit den Verwandten, Bekannten und auch dem Vater. Und dann nochmal vier mit Howard selbst. Kommt Freeman zu keinem wirklichen Schluss. Also es ist schon bemerkenswert, weil er sich für den wirklich Zeit nimmt. Das hat er für andere Patienten. Nicht gleich, nein, ich bin immer. Aber es sind ja jetzt quasi Nachbarn. Immer schön. Für die Nachbarn, da hat man ja auch ein Minütchen mehr Zeit, finde ich. Und er findet den Jungen eigentlich aufgeschlossen, umgänglich. Er würde ihn sogar mit zum Wandern nehmen. Howard genießt es total, dass sich jemand für ihn interessiert. Der unterhält sich mit ihm, der stellt ihm Fragen. Und die hört nicht auf, wenn man irgendwas ins Hirn rammt, weil man einfach mal gerade nichts ins Hirn rammt. Das hat er zu Hause nicht so. Und Lou drängt aber so ein bisschen. Sie braucht eine Lösung. Sie erzählt dem Arzt, dass Howard den Hund wirkt, dass er seine Brüder mit Reißzwecken quält, dass er in den Schrank kackt und alle möglichen Dinge. Aber alles erfunden. Naja, ein bisschen was wird dran sein, dass der Junge schon ordentlich rebellisch ist und dass der irgendwie vielleicht in der Pubertät halt gerade hochdreht. Aber wenn Mutti da mit dem Kontrollzwang daherkommt, da kommen halt einfach mal zwei Sachen zusammen. Also Howard kann sich an nichts davon erinnern. Oh, nach der Lobotomie. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht passiert ist. Ja. Aber es heißt eben auch nicht, dass es so war. Schlussendlich stellt Freeman eine Verhaltenskorrektur mithilfe von Lobotomien Aussicht. Na klar. Und Lou hat endlich eine Antwort. Jetzt wird noch schnell der Papa überzeugt und dann kriegen die beiden noch mal kurz vorher ganz kurz kalte Füße. Aber dann ringen sie sich doch durch. Auf geht's. Was gut ist für einen Jungen. Da kann man sich schon mal durchringen. Natürlich. Howard weiß nicht, was ihm blüht. Als er im Jahr 1960 ins Krankenhaus kommt. Er mag die Gespräche. Ein Krankenhaus sogar. Ja, ja. Ich sage ja, die letzte Klinik, die den Freeman da noch wirklich, das ist dann auch wirklich eine Klinik. Er geht davon aus, dass er da irgendwelche Tests noch bei Dr. Freeman irgendwie machen muss. Und weil der ihm eigentlich total sympathisch ist und sich gut mit ihm unterhält, geht er da eigentlich ganz gerne und ganz gut gelaunt rein. Und naja. Geht nicht mehr gelaunt raus. Mit zwölf Jahren gehört er zu den jüngsten Patienten, also wir haben vorhin schon gehört, vier ist der absolute Rekord, aber auch mit zwölf gehört er zu den jüngsten Patienten, den der Doc seine berühmte Eispickel in die Augenhöhle gerammt hat. Es braucht vier Elektroschocks, bis der Bub im Koma ist. In seinen Notizen hält Freeman aber fest, im Nachhinein, dass wohl drei auch gereicht hätten. Okay, ich habe es vorhin schon angekündigt, aber ich glaube, es ist mir wieder Zeit, meinen Kopf gegen den Tisch knallen zu lassen. Achtung. Und naja, vier Elektroschocks, dann kommt der Eispickel und ich habe euch ja vorhin von den Fotos erzählt. Ich packe euch da mal einen Link in die Show Notes. Nein, tust du nicht. Doch, doch. Der Eingriff ist ziemlich schnell vorbei und auch schon fünf Tage später kann Howie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er hat Kopfschmerzen, er hat von Blutergüssen schwarz umrandete Augen und er ist vollkommen apathisch und interesselos. Er kann nicht in die Schule gehen. Also er sitzt eigentlich jetzt erstmal nur zu Hause und starrt die Wand an, mehr oder weniger. Ungefähr so wie ich gerade. Er hat große Erinnerungslücken in dieser Zeit, was jetzt nicht weiter verwunderlich ist. Es ist alles in seinem Kopf wie mit einem Nebelschleier überzogen. Aber weil er seiner Schwiegermutter, seiner Schwiegermutter, seiner Stiefmutter, entschuldige, seiner Stiefmutter keine gruseligen Blicke mehr zuwirft. Freemans Worte, nicht meine. Komm, jetzt hat er so rot und laufende, schwarze Augen. Ja, das ist nur gruselig. Und weil er das nicht mehr macht, erklärt er ihn für erfolgreich behandelt. Oh Mann, oh Mann. Mehr noch, er nimmt ihn sogar mit auf einen medizinischen Kongress, um seine... Führt ihn vor. ...um seine immer noch skeptischen Ärztekollegen. Wer glaubt denn, dass die immer noch nach wie viel 40 Jahren... schaut der Junge, dem ich das Hirn zertrümmert habe. Immer noch zweifeln. Nimmt er den mit und will ihn da auf die Bühne bringen. Die Mutter denkt nicht mehr, dass er spinnt, die eigentlich Kontrollzwänge hat. Hallo! Sie sammeln noch zwei weitere Kinder unterwegs ein, weil er hat das auch noch mit weiteren gemacht. Und dann wird es so eine richtig große Party auf der Bühne. Kinderzirkus der lobotomierten Kinder. Meine Güte, wir gehen heute hier mit einem Gut-Feel-Story raus. Zersteigt die Stimmung wie ein Luftballon. Hey! Lobotomin ist gesund. Der Schuss geht vollkommen nach hinten los. Die Kongressbesucher sind so lange interessiert, bis sie das Alter von Howard hören. Und zwölf nochmal. Dann bricht die Entrüstung im Saal los. Und das versteht Walter jetzt überhaupt nicht. Er rastet dann total aus. Er wirft dann eine Box mit Postkarten in den Saal und brüllt, wie viele Weihnachtskarten bekommen Sie denn von Ihren Patienten? So, ja. Ich bezweifle, dass seine Patienten ihm Weihnachtskarten geschrieben haben. Vielleicht deren Familien. Also er rastet aus und wird mit Buchrufen dann vor der Bühne komplementiert. Die Erfolgsgeschichte des Armen Howard will aber auch dann noch kein Happy End finden. Denn Lou ist immer noch unzufrieden. Der Junge ist jetzt deutlich einfacher zu handhaben, ja. Streckenweise geradezu lethargisch. Er kann aber auch nicht zurück in die Schule. Sitzt also immer zu Hause. Und das mit den Tischmanieren, das klappt irgendwie auch nicht so richtig. Bitte noch mal. Schlussendlich will sie ihn aus dem Haus haben. Hätten wir gleich machen können. Der Vater ist nicht einverstanden, aber Lou setzt sich durch. Ich meine, Frauen, die setzen sich in solchen Dingen im Zweifelsfall, glaube ich, einfach durch. In den folgenden Jahren wird der Junge von Erziehungsanstalt zu Psychiatrie, zu Schule für beeinträchtigte Kinder, zu Pflegeheim, zu Heim geschickt und keiner ist für ihn zuständig. Nirgends passt er hin. Für die Psychiatrie ist er zu gesund, für andere Dinge ist er zu krank. Also er passt nirgends hin. In einem Internat fühlt er sich eigentlich ganz wohl. Das Internat wird dann aber geschlossen, weil er und die anderen Jungs sich immer nachts zum Pimpern zu den Mädels schleichen. Also da gibt es dann einen riesen Sexskandal tatsächlich und daraufhin wird das Internat geschlossen und er steht wieder da und wird zum Nächsten weitergereicht. Irgendwann geraten ihm, ich weiß gar nicht mehr, kommt er irgendwie an den Brief, der fälschlicherweise zu ihm zugestellt wird, wo irgendwie abgelaufene Schecks drin sind und das bringt ihn dann auf dumme Ideen. Er fängt dann an mit Scheckbetrug, was ihn vorübergehend auch ins Gefängnis bringt. Aber tatsächlich ist seine Gehirnleistung ja dann eindeutig noch vorhanden. Ja, ja. Er war jetzt so zeitweise ziemlich neben der Spur, aber es wird langsam. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, so grausam das alles ist, dass wenn du als Kind was hast, du noch eine Chance hast, durch das Wachstum, dass sich da noch mehr regeneriert, weil ja auch noch wächst als Erwachsener. Aber auf der anderen Seite, ich bin kein Mediziner. Könnte sein. Sondern Historiker. Nein. Im Gefängnis kann er dann auch seine Lopotomie-Karte ziehen und stattdessen in die Psychiatrie quasi weitergereicht werden, wo er aber eigentlich ja auch wieder viel zu gesund ist und eigentlich auch nicht hinpasst. Aber das passt ihm ganz gut. Nein. Er denkt, dass es geiler wäre. Es ist besser als Gefängnis. Sein Vater besucht ihn regelmäßig, Lou überhaupt nicht. Die Psychiatrie setzt ihn dann irgendwann auf die Straße, weil er da gesund ist. Und da sind wichtigere Patienten oder andere Patienten, die das nötiger haben, sagen wir es mal so. Und kurz darauf fliegt er dann aus einem betreuten Wohnheim und dann wird er erst mal obdachlos. Und das im Alter von ungefähr 20 Jahren. Mit Alkohol und geplatzten Schecks macht er sich selbst immer wieder das Leben schwer. Aber ihm fehlt halt auch einfach eine sinnvolle Beschäftigung. Er wird dann irgendwann so quasi vom Staat so ein bisschen durchgefüttert. Er kriegt dann Schecks. Er kommt dann irgendwie auch mit Freunden zusammen in der Wohnung unter, die alle so ein bisschen so ein Leben führen. So der eine verwendet seinen Check für die Wohnung, der andere seinen für Alkohol und der dritte dann für den Sprit, um irgendwie mit dem Auto rumzufahren. Und in der Zeit fährt Freeman auch witzigerweise mit seinem Wohnmobil nochmal durchs Land und sucht seine ehemaligen Patienten auf, um irgendwie dann doch letztendlich die Fachwelt noch von seiner Methode zu überzeugen. Also nicht, weil er irgendwie reumütig ist und nach dem Rechen sehen will, sondern einfach, weil er nach wie vor so fest von der Richtigkeit seiner Methode überzeugt ist. Und er ist der Meinung, die Welt sieht es einfach nicht. Er ist irgendwie auf Rehabilitierungstournee. Warum schreibe ich auch so schwierige Wörter auf, wenn ich sowas nicht rauskriege nach zwei Stunden Podcast? Ich bin auch selber schuld. Du musst schreiben wie ein Hai. Schreiben wie ein Hai. Ich will euch jetzt nicht Howards Light jahrelang episch ausbreiten. Fakt ist, mit 45 macht er noch einen Schulabschluss. So in Computerrichtung. Findet da aber keinen Job. Kriegt dann aber als Busfahrer und ich glaube später sogar als Busfahrer ausbildet irgendwann sein Leben wirklich noch in den Griff. Schön. Er heiratet. Und als er im Jahr 2005 eine Doku über Lobotomie im Radio hört, beginnt er Fragen zu stellen. Er setzt sich zum Ziel herauszufinden, was mit ihm eigentlich genau passiert ist. Okay. Und die Leute, die den Nachlass von Freeman verwalten, die schauen ganz schön blöd rein, denn es gab nie vorher einen Patienten, der selber nachforscht, der seine Akte sehen wollte. Okay. Oh. Und Howards sucht sich jetzt auch professionelle journalistische Unterstützung und gräbt nochmal richtig nach Antworten. Er spricht mit seinem Vater nochmal, er sichtet die ganzen Unterlagen. Ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es jetzt einer, der damit aufräumen will und da mal nachbohrt oder ist es einer, der dann irgendwann zu Freeman hingeht im hohen Alter und ihn umbringt? Nein, nein, nein. Aber er will... Nein, nein, und zwar, also und jetzt gar nicht, dass ich dem die kriminelle oder aggressive Energie unterstelle, sondern einfach diese Grauslichkeit, die da jemand angetan worden ist. Ja, aber also er macht das so aus seinem Eintritt heraus. Er will das für sich aufarbeiten. Das ist ja auch verständlich. 2007 erscheint sein Buch My Lobotomy, das ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Das ist ein herzzerreißender New York Times Bestseller, den ich schon fast ganz gelesen habe. über einen Jungen, der eigentlich auch die ganze Zeit, wo er so im Leeren hängt, eigentlich dann noch versucht, irgendwie die Liebe seiner Stiefmutter zu gewinnen. Also er ist dann immer noch eigentlich zu der Überzeugung, er kann sie noch irgendwie für sich gewinnen, so ungefähr. Er hat gar nicht so mit ihr abgeschlossen. Also es ist nicht, andere würden so in Hass abdriften oder irgendwas, aber er ist dann eigentlich immer noch so, dass er insgeheim irgendwie hofft, dass sich das noch irgendwie einbringt. Und jetzt wird es was. Ach Gott. Ich lasse euch mal einen Videolink da. Da wird Howard Dulli von einem Journalisten besucht. Die stecken ihn dann in ein MRT und das ist ziemlich einzigartig, dass einer, der damals lobotomisiert wurde, dann nochmal jetzt wirklich genau untersucht wird. Und dabei kommt genau das heraus, was du gerade schon gesagt hast. Wäre er als Erwachsener so behandelt worden, wäre er wahrscheinlich komplett Gemüse. Als Kind hat sich sein Gehirn, aber ein ganzes Stück war er selbst geheilt. Und das ist jetzt witzig, weil so gesehen ist die Grundannahme von Muniz, wenn ihr euch erinnert. Tatsächlich richtig. Gar nicht so falsch. Nur, dass es als Erwachsener nicht mehr funktioniert. Ob man das jetzt auch absolut sagen kann, weiß ich nicht. Aber als Kind hast du Selbstheilungskräfte noch in anderem Maße als Erwachsener. Also bei Wolverine hätte es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist halt ein bisschen wie, anstatt Laub zu rechnen, könnte man doch auch Napalm verwenden. Das Laub ist dann auch weg, aber auch alles andere. Zu rechnen, nicht zu rechnen. Wo habe ich rechnen gesagt? Ein Laub, zwei Laub, vier Laub. Heute lebt Howard in San Jose in Kalifornien. Ach Gott, jetzt haben wir den Philipp, das war jetzt gemeint. Nein, wir mögen den Philipp. Und überhaupt. Ich lasse euch noch. Alles gut. Ich mag den Philipp ungefähr genauso, wie ich mich selber mag. Kann jetzt alles heißen. Ist nicht der Podcast-Nick in San Jose? Der ist auch Kalifornien, der ist jetzt umgezogen, der hat einen neuen Job und das war jetzt auch der Hauptgrund, warum er sich nicht irgendwie die Nacht um die Ohren schlägt heute für uns, weil er irgendwie in einem neuen Job ist. Viel Erfolg im neuen Job. Ich lasse euch noch einen Link da, das ist noch ein Radio-Interview mit Howard Dulli, auch sehr spannend. Die Sendung hat mehr Reaktionen bei den Zuhörern hervorgerufen als irgendeine andere Sendung auf diesem Sender jemals. Glaube ich sofort. Und spannend ist, der Typ lebt auch noch. Schaut euch mal das YouTube-Video an. Finde ich sehr spannend, wenn man diese ganze Vorgeschichte kennt. Eigentlich, spannen wir nochmal den Bogen weit zurück, ich habe ja gesagt, wir springen heute, eigentlich haben wir über Muniz geredet. Am 14. März 1939 wird der von einem schizophrenen Patienten angeschossen. Der Portugiese. Der Portugiese, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und das finde ich irgendwie ironisch, dass der von einem schizophrenen Patienten dann angeschossen wird. Und das bringt ihn dann auch in den Rollstuhl. Also wirklich schizophren, der medizinischen Definition nach schizophren? Nein, der damaligen, das war schon die damalige offizielle Diagnose, ja. Okay. Dass der schizophren war. Also das ist nicht Persönlichkeitsspaltung. Weil das ist ja landlauflich, heute Schizophren heißt, da sind zwei Personen in dir. Nicht so, wie man es sich vorstellt auf jeden Fall. Nein, please tell me all about it. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was der Unterschied ist. Eine Schizophrenie ist, soweit ich weiß, eine Persönlichkeitsstörung und eine Wahrnehmungsstörung, die mit einhergeht. Aber dieses, ich bin zwei Personen, ist was anderes. Oh, okay. Aber Achtung, hier wieder Laienwissen, vielleicht stimmt es auch so nicht. Auch da weiß ich nicht, ob das so absolut ist. Ich glaube, es ist halt nicht zwangsläufig in diesem Ausmaß und mit diesem Symptom, wie man sich das vorstellt, so, heute bin ich der, heute bin ich der und die beiden wissen nichts voneinander und so. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine Form, möglicherweise schon von Schizophrenie. Aber ich glaube nicht, dass Schizophrenie zwangsläufig so aussieht. Aber auch das, Halbwissen. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Schizophrenie. Über Halbwissen? Über Halbwissen wäre auch gut. Nichts darf zu Ende recherchiert werden. 1944 ist Moniz noch als Professor am Start. Danach widmet er sich verstärkt seinen künstlerischen Interessen. Er veranstaltet einige Kunstsymposien und wird auch immer mal bei Ausstellungseröffnungen als Redner eingeladen. Er sitzt dann auch ein Bildhauermodell für eine Bronzebüste. Er schreibt eine Autobiografie, die ich leider nicht bei Amazon gefunden habe. Er verfasst außerdem ein Buch über die Geschichte des Kartenspiels. Und er veröffentlicht eine Biografie über Johannes, den 21. den einzigen Mediziner, der Papst geworden ist. Während in den USA die Lobodromie also jetzt gerade richtig durchstartet, wird es bei Moniz so ein bisschen ruhiger. Auf seiner Wikipedia-Seite steht am Ende der medizinischen Ausführungen über Lobotomie auch, die Prozedur genoss kurzzeitig große Popularität. Also kurzzeitig, finde ich ein bisschen untertrieben. Zumal er dann, und das ist jetzt der eigentliche Höhepunkt, im Jahr 1949 zusammen mit Walter Rudolf Hess den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekommt für die Lobotomie. Also der Typ Vor allem, der hat für so viel cooles Zeug eine Nominierung bekommen und dann für im Nachhinein so einen Kack dann den Preis. Das ist halt wirklich tragisch. Wobei man mal dazu sagen muss, dass er hat ja noch eine gewisse Qualität dahinter gehabt, so vergleichsweise in dem, was der Freeman gemacht hat dann. Gefühlt ja. Naja, er war halt der Pionier. Es ist dann immer wieder bei vieles von dem, was heute klar ist und definiert ist, ist halt früh auch Schlachterei gewesen. Ja, also ist sehr schwierig dieses Thema. Hess, also der Zweite, die haben sich dann ja an der Stelle irgendwie geteilt, Hess war eher so der Elektriker unter den Kopfdoktoren. Der hat so Katzen-Elektroden ins Gehirn geklebt und dafür dann halt den Nobelpreis gekriegt. In der offiziellen Verlautbarung des Komitees heißt es, dass Hess den Preis bekommt für die Entdeckung der funktionalen Organisation des Zwischenhirns, für die Koordination der Tätigkeit von inneren Organen und Monies für die Entdeckung des therapeutischen Wertes der präfrontalen Leukotomie bei gewissen Psychosen. Das ist jetzt ja mal grundsätzlich richtig, aber dann ist halt auch die Frage, wenn man sich die Auswirkungen anschaut, wobei man die halt 1949 noch nicht kannte, ob das dann wirklich einen Nobelpreis verdient. 1951. Das ist ungefähr so, wie Adolf Hitler Person of the Year vom Time Magazine gemacht hat. Ja, genau. 1951 lehnt Monies eine Anfrage der republikanischen Parteispitze zur Übernahme des Präsidentenamtes ab. What? Wow! Immerhin wird er aber zum Ehrenmitglied der Deutschen Röntengesellschaft ernannt. Er stirbt am 13. Dezember 1955 im Alter von 81 Jahren. Die gute Nachricht. Leukotomie ist heute fast ausgestorben. Es gibt tatsächlich in der Epilepsie-Therapie operative Behandlungsmethoden, die sehr, sehr ähnlich sind. Aber ultra definiert wahrscheinlich. Die sind halt sehr viel präziser, sehr viel klarer, sehr viel besser untersucht. Die kommen grundsätzlich in der Leukotomie schon gleich. Ja, okay, da würde mich jetzt wahrscheinlich ein Mediziner steinigen. Denkt euch das wie eine Leukotomie minus den Gemüsestatus. So würde ich es mal mit meinen Worten planen. Cheeseburger planen. Würde ich das mit meinen Worten formulieren. Oh, das ist spät. In dem Moment ist es ja auch immer eine Frage, wie kannst du bei Durchmedizin Leiden verringern oder gar vermeiden und wenn halt jemand ein Leben hat, das so schrecklich ist, dass selbst ein, ich sag mal, wenn man halt fünf Prozent von so einer Lobotomie mitnimmt und dadurch ist dein Leben aber umso viel besser und du bist aber weiterhin noch diese Person und verlierst nicht dein komplettes Leben und deine Persönlichkeit dadurch, kann es das ja für den Einzelnen theoretisch wert sein. Das ist so, diese zwei Arten von Ärzten. Schwierig. Der eine sagt Hauptsache keinen Schaden anrichten und der andere sagt Hauptsache wir tun irgendwas. Ja gut, aber ich meine auf der anderen Seite, auch wenn du ein Antibiotikum gibst, richtest du dir einen gewissen Schaden am Körper an. Der ist vielleicht zu gering, aber ein bisschen was tut es ja alles. Alles was du tust verursacht irgendwas. Auch Erdbeeren verursachen in geringem Maße irgendwie Krebs. Also, alles mögliche wird das verursachen, bin ich mir sehr sicher. Ich würde fast wünschen, dass die Folge vorbei wäre und dass das Schlusswort wäre. Aber in so geringen Spuren musst du immer abwägen. Den Gefallen kann ich euch nicht tun. Ich habe noch so viel Inhalt für euch. Cool. Könnt ihr noch. In den 1980er Jahren gab es Untersuchungen zur Verbreitung der Lobotomie. Die war verbreitet tatsächlich in den Vereinigten Staaten sehr stark, in der Sowjetunion, in dem Vereinigten Königreich, in Frankreich, Spanien, Niederlanden. Weißt du, ob es in der Sowjetunion auch getrieben war durch ein Gesundheitswesen oder tatsächlich ein Wir verwalten Leute, die eh weggesperrt sind, um sie ruhiger zu stellen? Weiß ich nicht. Ich habe das hier wirklich nur als lange Liste von Ländern, wo es en vogue war. Ja, weil bis jetzt weiß ich eben nur von Europa und den USA. Naja, Niederlande, Indien, Australien, Japan, Kanada, Argentinien und der Tschechoslowakei. Das waren so die Main-Countries. Deutschland hat es nie so richtig Fuß gefasst. Das, glaube ich, wüssten wir sonst. In Skandinavien ist es aber nochmal richtig durch die Decke gegangen. Gerade in Finnland und Norwegen haben die halt krass alles lobotomisiert, was irgendwie nicht ins sozialdemokratische Weltbild gepasst hat. Ach was. Vor allen Dingen Homosexuelle, Frauen, die was mit deutschen Besatzungszertaten gehabt haben und Behinderte und hyperaktive Kinder. Hyperaktive Kinder ist halt echt das Schlimmste. Ja. Keine Ahnung, heutzutage regen uns schon auf, wenn wir zu viel Ritalin zu schnell verschreiben und die haben wir halt damals einfach mal das Hirn zermatscht. Ja, oder andersrum aufgrund deiner sexualen Neigung, deiner Sexualität überhaupt furchtbar. da hast du schon recht. Furchtbar. Mit 4500 Eingriffen ist Dänemark das Land mit denen im Verhältnis zur Einwohnerzahl den meisten lobotomischen Operationen. Hallo Victoria. Dänemark. Ja, sind wir wieder. Weltweit werden die durchgeführten Operationen auf etwa eine Million geschätzt. Betroffen ist schweigen. Also es steht so auf Wikipedia. Ich finde es wahnsinnig hoch, wenn ich mir die Zahlen der einzelnen Länder anschaue. Das sind eigentlich dann immer nur zigtausend irgendwo, aber es summiert sich dann schon ganz schön auf und es gibt sicherlich auch eine dunkle Ziffer, von der wir nichts wissen. Was es halt in der ganzen Geschichte nie gab, waren unabhängige Untersuchungen zur Wirksamkeit. Wir können annehmen, dass Lobotomien in wenigen Fällen bei Depressionen oder Angststörungen tatsächlich, ich würde nicht sagen ein positives Ergebnis, ich würde sagen ein positives Verhältnis von Linderung zu Verschlimmerung. Genau, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wunderschön ausgedrückt. In anderen Fällen war sie definitiv komplett wirkungslos und viel schlimmer absolut desaströs und in vielen auch tödlich. Und das war dann gar nicht unbedingt das Verfahren Lobotomie, sondern oft halt auch einfach die Schluderei von irgendwelchen Eispickel. Kommst du noch zu dem kürzlich lobotomierten Mensch? Nee, aber ich sage dir, wann es gleich passt. Ja. Lobotomie bei Kindern und Jugendlichen durchzuführen, ist nach heutigem Ermessen eh komplett absurd. Ebenso, dass in wahrscheinlich neun von zehn Fällen die Patienten nicht mehr wussten, was mit ihnen passieren soll. Wahrscheinlich sind sogar zehn von zehn Fälle. Also es gibt wahrscheinlich kaum Fälle, wo jemand freiwillig sich lobotomisieren hat lassen. Es gibt wahnsinnig viele Fälle, wo Polizisten, Leute in Motels festgehalten haben, während einer ihnen den Eispickel durch die Augenhöhle gerammt hat. So was gibt es halt in der Geschichte noch und nöcher. Ja, dass Leute irgendwo reinmarschiert sind und gesagt haben, oh, das ist gerade in Mode, ich hätte das gerne. Ja, so wie eine Botox-Spritze. Gab's glaube ich nicht. Es gibt heute noch Statuen von Moniz und Museen über ihn und irgendein Stück Arterie im Körper ist auch nach ihm benannt und es gibt nicht wenige. Hauptsächlich die Nachfahren der lobotomisierten, die ihm den Nobelpreis posthum wieder abnehmen wollen. Geht aber nicht. Also ist nicht vorgesehen. Was mich dann gleich noch zu meinem nächsten Punkt bringt, aber da könnte jetzt Philipp noch ganz kurz eine Anekdote hinzusteuern. Gerne. Auch wieder hier nur so ein bisschen Halbwissen. Meines Wissens nach ist es gar nicht so ewig her, dass eine Person noch lobotomiert wurde. Allerdings nicht durch einen Mediziner oder ähnliches, sondern durch externe Einwirkung. der hat nämlich einfach schlicht und ergreifend eine Sache so an beziehungsweise in den Kopf gekriegt, also irgendwie Unfall oder Krieg, dass das dem Ganzen einfach so ähnelte, dass man gesagt hat, so hey, das ist ja genauso wie wenn man... Naja, so ist man ja draufgekommen, dass das sein könnte. Genau, und sozusagen das kann prinzipiell heute immer noch passieren. Es sind natürlich schlimme Unfälle. Klar, aber das hat einen Hirnschaden. Genau. Moniz hat sich die Leute im Krieg angeguckt und hat gesehen, okay, die hier vorne irgendwie ein Treffer hatten, Schrapnel oder irgendwas, die sind plötzlich ganz anders drauf. Mich würde mal interessieren, wie viele der Nobelpreise durch sämtliche Kategorien hindurch wirklich im Nachhinein indiskutabel falsch waren. Sehr gutes Stichwort. Ich kann dir keine Antwort auf diese Frage geben. Ich kann dir aber in the spirit of Alfred Nobel, der ja Zeit seines Lebens versucht hat, irgendwie karmamäßig mit dem Dynamit wieder das gut zu machen, kann ich euch meine Top 6 der Nobelpreis Fuck-Ups noch mitgeben, wenn ihr noch möchtet. Einfach, weil ich so gerne mit Listen aufhöre. Platz 6. Der Schweizer Paul Müller bekam 1948 den Medizin-Nobelpreis nicht für die Erfindung, aber für die Entdeckung von Dichlor-Dipenyl-Trichloretan, kurz DDD, also zweimal weich, einmal hart. DDD. Ein Insektizid, das schnell und für einige Jahrzehnte zu den am weitest verbreiteten Schädlingsbekämpfungsmitteln wurde. Es ist maßgeblich daran beteiligt, viele Ernten zu retten und Schädlinge zu vernichten, die beispielsweise Malaria übertragen. Und in Südeuropa konnte durch dieses Mittel Malaria quasi ausgerottet werden. Aber. Später stellt sich heraus, dass das Zeug mega ablagert, langfristig Flora und Fauna wahnsinnig kaputt macht und seit 1972 auch mehr oder weniger vollständig verboten ist. Mit Ausnahme von den Ländern, die extrem mit Malaria zu kämpfen haben. Da wird es nach wie vor zur Bekämpfung kommen. Platz, 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 Platz. Hier kommt Platz 5. Johannes Fiebinger gewann 1926 auch den Medizin-Nobelpreis, weil er entdeckt hatte, dass Fadenwürmer bei Ratten Krebs verursachten. Er hat wahnsinnig schlüssig argumentiert und das Komitee problemlos überzeugt, stellt sich später raus, ist völliger Quatsch. Der Krebs in den Testratten wurden in dem Fall von Vitamin A-Mangel hervorgerufen, hat aber einen Medizin-Nobelpreis für diese Entdeckung bekommen. Wie hat man denn Vitamin A-Mangel? Durch Ernährung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es war halt, weißt du, Kausalität und Korrelation. Deswegen finde ich super witzig, wenn quasi der Dubelpreis falsch vergeben wurde, aber dadurch wurde was total Wichtiges rausgefunden. Ich konnte nicht rausfinden, dass dadurch irgendwas Wichtiges rausgefunden wurde. Vitamin B-A-Mangel verursacht Krebs. Jürgen trinkt ein Dosenbier und hier kommt jetzt Platz 4. Oh, schön. Wow. Es gibt auch ein paar echte Verlierer in Sachen Nobelpreis. James Joyce, Leo Tolstoy, Hendrik Ibsen, Mark Twain haben nie einen bekommen, obwohl sie ihn nach landläufiger Meinung unbedingt verdient hätten. Also das wären die Klassiker, die du beim Kneipenquiz hinschreiben würdest mit ein, wer von denen hat einen gekriegt? Genau. Um die Leute reinzulegen. Der Grund ist, dass das Komitee ursprünglich in den Anfangsjahren den Willen von Nobel wirklich ganz strikt Wort für Wort befolgt hat und nicht den Gedanken erfasst hat von dem, was er da eigentlich festgeschrieben hat, sondern sich wirklich an den Wortlaut gehalten hat. Und das hat dazu geführt, dass halt Schriftsteller, die nicht dem idealen Weltbild in der Zeit gefolgt sind, sondern über Dystopien und so weiter geschrieben haben, dass die nicht qualifiziert waren, obwohl sie gut waren und obwohl sie den Impact eigentlich auf die Welt hatten. Und heute würdest du für solche Dinge definitiv einen kriegen. In der Anfangszeit gingen die Leute halt leer aus. Und wo wir schon beim Nichtbekommen von Nobelpreisen sind, in der Nazizeit hätten einige Deutsche den Nobelpreis bekommen, haben aber abgelehnt. Der Grund, Hitler war verwirrt, dass er nicht für den Preis nominiert wurde, also zum Beispiel für den Friedensnobelpreis und hat deshalb 1937 ein Gesetz erlassen, das ist reichsdeutschen Verbot, den Nobelpreis anzunehmen. Ach, schmarrn, echt? Von 1937 bis 1945 war ein Gesetz in Kraft, das ist deutschen Verbot, den Nobelpreis. Wurden dann trotzdem welche nominiert? Naja, es gab tatsächlich Fälle, habe ich jetzt keine Namen. Kannst du den überhaupt ablehnen? Gewinnst du den nicht einfach trotzdem? Du kannst den ablehnen. Es gab Fälle, es gab Fälle, wo einer einen gekriegt hätte und der wurde dann von Hitler mit persönlichen Briefen quasi genötigt, gedrängt, den nicht anzunehmen. Aber Bob Dylan hat doch den Literaturnobelpreis dann ignoriert erstmal eine Zeit lang, oder wie war das? Der hat sich immer nicht darauf gemeldet, glaube ich. Auch geil. Unbekannt verreist. Ja, Philipp. Eins, zwei, drei, ACH, hier sitzen wir zusammen, hier kommt die Nummer drei. Ich muss mich immer Quatsch einfallen lassen. Mahatma Gandhi, Mahatma Kain, einer der wohl wichtigsten Friedenskämpfer der Welt war fünfmal für den Friedensnobelpreis nominiert. Bekommt man da Kain. Tja. Krass. Die zwei. Anführer der palästinensischen Freiheitsbewegung Yassir Arafat erhielt zusammen mit dem israelischen Premierminister Yitzhak Rabin und dem israelischen Außenminister Simon Peres 1994 den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen um den israelisch-palästinensischen Frieden. Das ist auch nicht so gut gealtert. Nicht so richtig. Von Frieden jedoch auch 1994 und lange danach weit und breit keine Spur. Die hatten sich im Grunde ein paar Mal getroffen und über Frieden geredet. Ja, Fakt. Aber Arafat hat bekanntermaßen halt auch einige Aktionen auf dem Kairpolz, die genau in die gegenteilige Richtung gingen. Sowohl davor als auch danach. Und als damals das Abstimmungsergebnis feststand, legte ein Mitglied des Nobelpreiskomitees sofort sein Amt nieder und nannte Arafat öffentlich einen Terroristen und hat den Raum verlassen. Holla. Hier kommt Platz 1. Ich muss mir echt mal mitnehmen, dass ich diese Plätze wirklich auch wirklich sortiere. Ich habe das Gefühl, dass eine ganz große Erwartungshaltung nach der Verfahren jetzt kommt. Ja, aber wenn du sagst eine Top Ten, dann sagst du ja, du sagst ja auch nicht ich habe sechs Stück Pi, sondern eine Top Ten. Da bin ich tatsächlich komplett bei Philipp. suggeriert mir, dass es eine Reihenfolge. Naja, weil ich die sechs Besten rausgesucht habe, aber das heißt ja nicht, dass die Reihenfolge sind. In die Lote Reihenfolge. Genau, wenn du gesagt hättest, die sechs Besten, aber du sagst nicht die Top Ten. Nein, der ist super. Der ist super. Sehr schön. Fritz Haber, 1918, Nobelpreis für Chemie. Der hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Ammoniak aus Stickstoff und Halogen gewonnen werden konnte. Damit hat er Dünger produziert und also er hat quasi alles auf einmal mit eigenen Händen einen gewaltigen Landwirtschaftsboom ausgelöst. Nebenher hat er aber auch die deutsche Giftgasproduktion für den Ersten Weltkrieg überwacht. Überwacht nur. Naja, ja, überwacht. Ja, überwacht. Kommt man für beides benutzen? Er war quasi der, nee, das war eine andere Chemikalie. Aber jetzt, um es klar zu formulieren, an sich war das schon geil, der Dünger, aber der Mann war halt ein Vollwichser. Er war halt menschlich eine Pfeife. Dann muss man sich halt auch fragen, ob das wirklich im Gedanken von Nobel halt gewesen wäre. Also das sind einfach die Nobelpreis. Vor allem, wenn du jemanden den Friedensnobelpreis verleihst, der an der Herstellung von Kriegsmaschinerie und das war Chemie. Das war Chemie-Nobelpreis. Oder Chemie, bitte? Das war Chemie-Nobelpreis. Ja, aber der ist ja im gleichen Spirit. Genau, also das ist, ja, das sind diese Nobelpreise, die heute höchst umstritten sind und wo nicht wenige Leute sagen, könnte man die nicht vielleicht wieder wegnehmen. Und ich meine allen voran, auch für mich persönlich, ist unser Portugiese, das ist einfach ganz vorne mit dabei. Es ist halt immer die Frage, willst du sowas das dann archivarisch stehen lassen, um zu sagen, das war blöd, aber damals haben alle so gedacht und deswegen lassen wir es so oder willst du wegziehen? Ja, also, was man nicht machen darf und das ist ja auch dieses Nazi-Thema, man darf das nicht verschweigen. Nein, gar keinen Fall. Man muss das anerkennen als wichtigen Teil der Geschichte und man muss da auch drüber diskutieren und drüber reden, aber ein Nobelpreis ist halt sowas wie die Stiftung Warentestziegel. Wenn das irgendwo draufklebt, dann gehe ich davon aus, dass das halt nachher nicht geil ist, sonst verliere ich irgendwie den Glauben in diesen Preis die Frage ist, wie wichtig dieser Preis ist, aber das ist halt so, dass das Qualitätskriterium, dass der internationale Goldstandard für… Gut, aber auf der anderen Seite, auch wenn du heute eine Küchenmaschine aus den 1970ern in Stiftung Warentest getestet siehst, dann würdest du heute nicht mehr das Gleiche dann annehmen. Aber natürlich, das hat schon eher den, das hat ja kein Produktziegel, das ist ja schon, das soll ja auch was für die Ewigkeit sein. Aber hätte ich ja damals schon nicht verdient gehabt. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn sich quasi die Geschichte das Ganze überholt hat, als wenn der damals schon der Vollarsch war. Also da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt welche, wo es in der Zeit schon klar war und es gibt welche, wo es sich halt hinterher herausgestellt hat. Und natürlich spielt der Kontext immer eine Rolle. Das ist ja bei Oscars und so ist ja auch so, dass du sagst, okay, da steckt einerseits viel Politikum dahinter, andererseits… den Oscar für Besterfühungen gewonnen, das ist ja echt… Völlig zu Recht. Und auf der anderen Seite hast du ja manchmal auch, zum Beispiel wie bei der Stiftung Warentest noch zu sagen, dass dann veralterter Kram drin steht. Aber Dominik… Ich habe eine Handmeldung. Tatsächlich ist es vielleicht nicht die schönste Folge, um das zu machen, aber der Sami ist auf der Welt. Können wir dem Sami vielleicht kurz Hallo sagen? Hallo Sami! Sami, grüß dich. Verabend anderen, vielen Dank, dass ihr euch gehört habt. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss! Und das war ACH, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Und jetzt noch hinterher die zehn häufigsten Ursachen für Geisteskrankheiten im 18. Jahrhundert. Ich muss weg.